Und der Stream ist gestartet. Wahnsinn. Wow, 25 Minuten vor Beginn, äh, nach Beginn praktisch. Wir fliegen. Wo kommt eigentlich dieses Praktisch her? Ist das schon mal aufgefallen? Irgendwann ist mir dieses Praktisch in meinen Wortschatz gerutscht und es geht irgendwie nicht mehr raus. Und ich hab auch das Gefühl, es passt immer überall und darum verwende ich es immer automatisch. Ist das aufgefallen schon mal? Bei dir jetzt nicht so. Also ich kenne es von so, äh, ja, Worten oder Phrasen wie eigentlich. Eigentlich müsste man ja. Ja, wenn man es eigentlich müsste, warum macht man es nicht? Mhm, mhm, ja. Oder irgendwie. Eigentlich irgendwie ist es auch immer gut. Wenn man irgendwas erklärt, dann ist es alles immer irgendwie. Oder zum Beispiel, zum Beispiel. Da steht dieses Geräusch. Ah, da war das Geräusch aus dem Stream. Was? Da war das Geräusch, was, was geklippt wurde, gerade bei dir wieder. Ja, ja. Was ist das denn? Ist das ein Mäuschen? Ist das ein Mäuschen? Das ist ein Mäuschen. Das ist die Sache. Süß. Knammert da rum, oder was? Du, ganz kurz mal, bevor wir zu sehen sind, ich weiß nämlich nicht, inwiefern das, guck mal, guck dir mal an, was ich hier gekriegt habe für einen Brief. Oder einen Briefumschlag. Ja, Moment, Moment, Moment. Jetzt soll ich gucken, ne? Jetzt soll ich gucken bei dir. Genau, jetzt guckst du mal. Ja, schön, Brief, ja. Kennst du diese Briefe, die ganz dick sind und die auch so einfach schon mit Werbung vollgepoilt sind? Kennst du diese Briefe? Kenne ich ehrlich gesagt nicht. Schade, guck mal, die sind so richtig dick und hinten ist auch Werbung drauf und so. Es ist also offensichtlich eine Werbung, ein Werbebrief. Wer macht denn bitte schön sowas auf? Wer hat denn da Zeit, das aufzumachen? Oder gibt es wirklich Leute, die sich darüber freuen, so Post zu öffnen und das dann so schön bei sich auf dem Küchentisch zu öffnen? Ja, du weißt ja, das ist vielleicht auf eine bestimmte Zielgruppe abgestellt. Hunde. Ja, diese ganzen Mittwochs, Donnerstags und Dienstagsblätter, das liest ja auch niemand, außer Ü70. Die lieben das, das zu lesen und was es bei Schlachter Müller am Samstag für ein Mittagsgericht gibt. Deswegen, also du bist ja vielleicht nicht so ganz die Zielgruppe. Oh, die Werbung ist durch. Kasi ist schon im Chat. Krass. Sago ist schon im Chat. Sago, danke für vier Monate im Kalo-Kanal. Hallo Leute, da sind wir schon. Tia. Tia, was für ein Tia. Das ist ein Tia. Was für ein Tia, was für ein Tia, was für ein Tia? So ein richtiges. Ja. Möchtest du jetzt, also ich will das öffnen. Kannst du sagen, hallo? Ja, du willst jetzt unbedingt diesen, ja, mach, bitte, mach auf. Sag mal, hallo vielleicht und dann ich öffne diese Post. Hallo Chat, hallo Chatmenschen. Hallo Chat. Plückebaum öffnet jetzt seinen Brief. Wow. Das wird geklippt, oder? Wenn der Plückebaum einen Brief öffnet. Das wird geklippt, das wird geklippt. Das ist also wirklich, so fängt das Jahr gut an. Mhm. So, eine Bestellkarte. Ach, Schlecker, äh, Schäcker aktuell ist das. Schäcker aktuell. Was? Guck mal. Ich und mein Hund. Ich, ich, ich. Gerade noch Schlecker, jetzt schon Schäcker? Was ist denn da los? Ja, die sind sehr insolvent gegangen, wahrscheinlich wegen des Elds. Das hat wahrscheinlich so viel Geld gefressen. Da haben sie einfach das Eld rausgeschmissen. Oh, oh, oh. Jetzt machen sie weiter als Schäcker. Oh, 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 oh. So, was ist jetzt Schönes? Was wird dir da Schönes angeboten? Schöne Fellbürste? Nö, also erstmal, wir steigen ein mit, 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 hier mit Fleisch. Ganz viel Fleisch. Aha. Das erinnert mich an den gestrigen Abend. Und dann geht es weiter mit, auch mit Fleisch, mit so Leckerlis. So Wildspezialitäten, alles für Tiere. Alles für Tiere. Habe ich das bei uns im Stream erzählt oder bei mir? Als ich die Katzen, also wenn ich, wenn ich die Katzen gefüttert habe früher und die Dose aufgemacht habe mit Nassfutter, da hat das unglaublich toll gerochen. Da hat das unglaublich toll geduftet. Aber es schmeckt nach nichts, komischerweise. Es duftet nach, nach, nach Himmel und es schmeckt aber nach Omas Füßen. So, also nach nichts eigentlich. Nach Omas toten Füßen, also Oma, die nicht mehr da ist, so schmeckt es. Ich frage mich gerade wirklich ernsthaft, warum du das bekommst. Denn du bist jetzt ja, wie wir vielleicht wissen, kein Hundebesitzer. Aber hast du deine Adresse irgendwie an dieses Euro-Millionen-Dings verkauft, wo Kai Pflaume immer Werbung macht? Genau, Kai Pflaume hat angerufen, hat gefragt, ob er mal meine Adresse haben kann. Er hat da was für mich. So kennt man ihn. Die Ehrenpflaume, Wahnsinn, ja. Die Ehrenpflaume, mit seinen Turnschuhen, ja, mit seinen Turnschuhen und seinem TikTok. Ähm, nee, wir sind im Tierschutzverein Bielefeld und vielleicht ist es das, vielleicht haben die das verkauft, weil die Geld brauchen. Irgendwelche Hunde oder Katzen irgendwie ernähren oder Medizin kaufen und haben das verkauft. Adresse. Weißt du eigentlich dieses, ich weiß nicht, ob das Pudel sind, aber weißt du, das Pudel, ein Schulfreund von mir früher aus der Realschule, hatte einen Pudel. Und Pudel, wenn man sich nicht schert, sehen lustigerweise und auch interessanterweise gar nicht aus wie Pudel. Die sehen erst aus wie Pudel, wenn man sie so schert. Und die sind eigentlich wahnsinnig hübsche Hunde. Also die sind unglaublich lächerlich, wenn man sie schert, aber sie sind unglaublich hübsche Hunde. Die sehen auch ein bisschen aus wie so Schafe. Also wenn man einfach wachsen lässt, dann sind sie hübsch. Ja, genau. So wie bei dir, wenn du einfach bei dir einfach wachsen lässt. Ich habe einen Rauschebart, ne? Das ist wieder eine Anspielung gewesen. Ist eine Anspielung gewesen. Nee, aber man kann das ja heute nicht mehr wissen, ob das noch ein Pudel ist oder schon ein Kadudel, ein Labradudel, ein Cockadudel. Das ist ja alles heute diese Designer-Pudel, da kommst du gar nicht mehr mit. Das ist irre. Heutzutage ist alles durcheinander. Früher war das nur Pudel, also Hund, Hund, Katze eigentlich nur. Dann wurde es vermisst. Dann wurden irgendwie... Ja, womit wir wieder beim Thema waren, während früher war alles besser. Leute, und damit herzlich willkommen hier zu einem weiteren Mittwochs-Stream mit dem Plückebaum und mit dem Hallo-Tier. Hallo, 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 Leute. Ihr seht, ich muss oft gebürstet werden. Plückebaum sucht schon mal eine Bürste raus. Was? Kasi ist ein bisschen frech. Welche Menschen sowas öffnen, da wird auf den Umschlag angespielt, Menschen, die streamen, um billigen Content zu kreaten? Sind die Produkte denn da billig oder entspricht das denn der Wahrheit oder sind das so Edeltierpflegesysteme? Oh, nein, naja, hier ist zum Beispiel Pferd, Geschmacksrichtung Pferd mit Mischgemüse, Hagebutten und Bärlauch. Und die Preise sind schon happig, aber ich glaube, das liegt daran, dass es so große Portionen sind. Entschuldige mal, das ist ja halbe-drei-Sterne-Menü für Hund und Katz mit Hagebutten und dies und das. Ah! Essen die besser als wie wir, ne? Die essen besser als wie wir. Das ist so ziemlich, salzärmer auch, salzärmer auch. Hier wertvolle Öle zum Beispiel auch. Mariendistelöl. Mariendistelöl. Zum aufs Kopfkissen sprühen, wahrscheinlich für die Pferde, wenn die dann abends schlafen. Ja, ich weiß nicht, ich kann es nicht, ich weiß, ich kenne auch diese Preise nicht. Zahnreinigungsmittel. DentaClean Zahnreinigungsmittel. Spray und Gel. Für? Ja, du musst doch in den Preis stehen. Ja, 29,99. Och, das ist ja geschenkt. Das ist wirklich billig. Aber es ist die Frage, ob das für Pferde ist, weil dann ist es wirklich billig, wenn es aber für so kleine Chichiwawas ist, so wie Chibab-Chichis, dann ist es natürlich teuer. Sogar Schuhe. Jetzt kommen wir in eine Fashion-Abteilung, guck mal, Schuhe. Jetzt gibt es hier Schuhe für Hunde. Da steht da Lach der Gassi-Hund? Ne, nach der Gassi-Runde. Nach der Gassi-Runde. Weil die Füße so wund, wahrscheinlich so wund gelaufen sind und so kalt im Schnee. Hast du das mal gesehen, wenn Hunde diese Schuhchen übergezogen kriegen, dass die rumstachsen wie die letzten Vollidioten? Ne, wie der Störch im Salat gehen die dann. Wirklich, wirklich, weil das muss so ein ganz komisches Pfotengefühl sein und dann ist ganz crazy. Also gibt es super viele coole TikToks, aber ihr seid ja alle nicht auf TikTok, da lache ich immer alleine drüber. Ihr nicht. Dein TikTok-Verhalten, ne? Ist das eigentlich so, wie man das... Was lachst du hier denn jetzt schon? Mein TikTok-Verhalten. Direkt, als ob man an so eine Anklagebank geführt wird. Das TikTok-Verhalten. Ja, das TikTok, dein TikTok-Verhalten vom Cardio. Ist das so, dass du da rein beruflich bist und einfach wieder gehst oder fällst du da in diese Rabbit-Holes rein und in diese Schleifen, Dauerschleifen? Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil mit TikTok geht es mir wie mit sehr vielen anderen Dingen in meinem Leben. Ich bin da dann auch halt mal drin und dann gucke ich mir irgendeine chinesische Dorfbewohnerin an, die Reis kocht oder irgendwas schneidet. Und dann scrolle ich natürlich da durch. Oder wie Pferdehufe gereinigt werden oder so. Aber ich bin dann auch wieder mal tagelang draußen. Also ich kann da gar nicht sagen... Ich weiß auch nicht. Ich bin dann immer so drin und wieder draußen. Ich bleib da nicht so drauf hängen. Ja. Ich hab das ja zum Glück überhaupt nicht. Ich war irgendwie dreimal da, um ein Video zu posten. Und dann hab ich immer gesehen, auf dem Handy, da sind irgendwelche Benachrichtungen, da haben irgendwelche Leute kommentiert. Hab mich irgendwie alles nicht so interessiert. Und ich hab die einfach nur angemacht, diese App oben rein zu posten. Ich bin da ganz, ganz schlecht. Ich bin noch schlechter als überall anders. Ich glaube, dafür gibt's auch so einen englischen Begriff, wenn man nur in die Portale reingeht, um irgendwas reinzuschmeißen, aber man reagiert auf nichts, man guckt sich nichts an. Da gibt's, glaube ich, auch wieder irgend so einen Begriff für. Hab ich neulich aufgeschnappt, leider schon wieder vergessen. Wollen wir mal Hallo sagen zu den Chatmenschen? Oder ist dir das vollkommen egal heute? Nee, nee, nee. Spielt das wieder gar keine Rolle in deinem Leben? Nee, ich hab das auch gedacht, wir vernachlässigen gleich am Anfang schon wieder alle. Alle. Ja, jetzt wird er es wieder gelesen. Jetzt liest er wieder jede Nachricht. In der Zeit, ja, komm, ist gut, liest, ja, komm, hol, ja, ist, A, U, A, E, A, O, hol den Chat. Oh, da hab ich die ganz, ganz schlecht. Das ist ein Mäuschen wieder in einem Kabel. Hol den, äh, 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 Chat gerne nach. Ich sag in der Zeit, äh, hallo? Was? Ja. Ich wollte doch jetzt auch Hallo sagen. Ja, mach doch mal. Ja, dann mach doch mal. Nee, mach doch mal erstmal jetzt. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Herr Blei schreibt zum Beispiel, das riecht, also erstmal, hallo Herr Blei, ne, wir begrüßen uns erstmal. Guck mal, das riecht doch nicht lecker, Katzenfutter würde ich auch nicht probieren, da müsste schon viel passieren. Viel passieren. Wow. Also ganz unten, also erstmal die Katzen essen und dann das Katzenfutter. Das ist die richtige Reihenfolge. Ja. Ich bin direkt raus aus dem Hamsterrad, schreibt Trittin, Jürgen Trittin. Was? Da muss man mal oben anfangen. Guck mal. Hallo Doktor Internet, ich hänge rum und hab seit drei Tagen Schwindel. Sonst nix? Was ist das? Ferndiagnosen bitten, äh, bitte jetzt. Wie, 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 warum Doktor Internet? Wo waren wir denn da jetzt? Das ist immer das Problem. Guck mal, du, lass mich jetzt richtig hängen, ne? Wieso lass ich dich? Nee, hab keinen Bock mehr. Ich blätter jetzt mal hier so rum. Ja, ja, bestell dir deine, deine, ja, bestell dir deine Fellbürsten. Ich sag nur mal, hallo Mettwurst, hallo Kasi, hallo Grabi, kuss, kuss auf deine Grabinuss. Hallo Ritterin, hallo, 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 hallo. Und hallo Psychiater Tim, hallo Heidexter, hallo Cherry Killjoy, hallo wir ohne Namen, hallo Leute. Da sind wir wieder. Also ich bin da. Genau das, was Carlo sagt. Wo Glückebaum ist, weiß ich nicht. Nee, genau das, was Carlo sagt. Cool. Cool. Schulz. Schulz. Cool ins Jahr 2023. C wie cool, äh, V wie cool oder was? Nee, so, das ist ein C. Was ist das? Was ist das? Richtig cool. Hab ich doch von dir gelernt auf der Dreamhack. Das ist cool. So, so ist cool. Ja, das ist cool. Doppel cool. Doppel cool, wow. Guck mal, was ich für eine Pinguinkralle habe hier. Also Pinguin hier, dieser Bösewicht von Batman. Was ist mit meiner Hand los? Ich hab ja sowieso so hässliche Hände. Heute ist aber wirklich ein Spitzentag wieder hier. Ja, da fehlen aber auch drei Finger fehlen da, ne? An deiner Hand. Ist das schon aufgefallen? Ist das schon länger so? Ach nee, jetzt ist er wieder da. Überraschung, Magic. Überraschung, Magic. Guck mal hier. Das ist ja cool. Hä, oder? Wo hast du das denn her? Ist natürlich ein Trick nur. Nee, ist ein Trick nur. Verrate ich nicht, verrate ich nicht. Ach, hör auf! Hör auf! Mein, ähm, der, ich weiß nicht, der Onkel von meiner Mutter und auch von meiner Tante, weil meine Tante und meine Mutter sind Geschwister und davon der Onkel. So, jetzt mal so, noch mitgekommen, schon, schon mitgekommen, ne? Der Onkel, der hat von was soll ich jetzt erzählen? Ich hab komplett vergessen, was ich erzählen wollte. Komm, so, geil. War wahrscheinlich eh nicht so. Weißt du, wenn dir schon die Mutter von der Schwester kommt, wie gut kann diese Geschichte noch werden? Die fing gut an, aber die hat dann, ach, genau, doch, jetzt weiß ich sie da. Der, auf jeden Fall, der hat eine Brille, der trägt eine Brille, mittlerweile, glaube ich, auch immer noch. Und der hat eine ganz lustige Art, seine Brille hochzuschieben. Der macht das immer so. Nein! Das ist total quatschig. Ich hab das nie kapiert. Ist ja so. Vielleicht hat er so eine Mobilitätseinschränkung untenrum. Vielleicht ist der auch immer die Cornflakes von oben. Ja, genau, ja. Das kann ja sein. Meine Kulltante hat ja auch schwer Schulter. Da staunt man manchmal über die Bewegungsabläufe. Aber echt? Aber, äh. Ne, das ist aber wirklich, da packt man sich doch aus Versehen ständig aufs Glas, wenn's hektisch wird. Ja, deswegen macht er es ja nicht so wie du, jetzt so primitiv, so plump mit dem Zeigefinger. Sondern er macht das hier mit dem Mittelfinger. Und die anderen Finger, die stehen so ab. Oh! Also da muss ich sagen, äh, nee, da hat das, ich muss sagen, ich stehe mehr so auf Leute, die wirklich, äh, gegen jede Regel sich ganz plump die Brille mit der platten Hand hochschieben und denen auch scheißegal ist, wie die verschmiert und keine Ahnung, einfach so wrums. Auch schon oft gesehen. Aber ich denke mir immer, das können eigentlich keine richtigen Brillenträger sein, weil ich das ja wahnsinnig mache, diese Tapsen auf der Brille. Aber so, äh, so können wir ja ganz in der Hand. Finde ich eigentlich gut. Ja, ja. Ich kenne das, ich kenne das bei manchen, wann habe ich das? Ja, genau. Ich kenne das aus einem Film und das finde ich immer wahnsinnig bewundernswert. Erstmal dieser, erst mal dieser, dieser Ton, wenn die die Brille mal abnehmen, so. So, dann das, da klackert irgendwie immer so ganz komisch. Und dann sind manche Leute, die sind so ganz aktiv mit der Brille. Also, ein Freund von mir, der macht zum Beispiel auch so. So. Und das, das denkt, das, das weiß ich, das verstehe ich dann immer nicht, wie man das machen kann. Weil die Brille, die, die leidet doch darunter, wenn man die so hochschiebt und so, so. Und dann fällt die so runter auf die, auf die, auf die, und im Fernsehen ist das immer so. Die machen dann immer, ich weiß nicht, furchtbar aus, mit dieser Brille. Diese Brille habe ich mal früher gekauft bei viele Mann. Und ich bin ins Büro gekommen. Und die haben sich erschrocken, weil die so krass groß ist. Hä? Ich weiß nicht ganz genau. Ja. Krass, sie war krass groß früher. Ja, früher hatten wir alle nur so Brillen, so Briefmarken groß, das Glas. Ja, ja, ja. Anders, anders. Ja. Man traut sich was. Man traut sich mehr, man traut sich aber mehr. Man ist offener geworden, ne? Aber es gibt so Gesten, die sind so, also mit Brillen kann man wirklich viel machen. Findest du nicht auch? Ja, es ist Wahnsinn. Also ich fühle halt beides. Also ich fühle das, die Brille einfach richtig zu benutzen, abzunutzen, Augen zu reiben, dies, das. Aber ich sag mal, so ein richtiger Brillenträger und so, das ist schon nervig, nervig, nervig. Ja, abgekaute. Aber das macht man natürlich dann so unterbewusst, dass das fällt einem im Prinzip gar nicht auf. Das ist natürlich die Sache. Klar. Wie blöd das aussieht. Ist aber auch wirklich, also das ist wirklich so 0,0 deine Brille. Es ist also 0,0 Kuckebaum. Ja, ja, ja. Meine erste Brille. Also nicht meine erste, aber meine erste Brille, nachdem ich wieder angefangen habe, Brillen zu tragen. Das ist ja irre, ne? Ich habe lange Zeit wirklich, ich weiß nicht, wie viele Dioptrien du hast, ich habe lange Zeit keine Brille getragen und habe irgendwann gemerkt, das Fernsehgucken wird echt anstrengend. Und dann habe ich angefangen, da habe ich eine Brille mir zulegen lassen. Da habe ich mir eine Brille geholt, wie man das auch zu sagen hat. Und dann habe ich gesehen, krass, mittlerweile kann ich ohne Brille nicht mehr, obwohl es nur um 0,25 Prozent Dioptrien gestiegen ist, die Sehkraft. Mittlerweile kann ich ohne Brille, will ich nicht mehr. Ohne meine Brille will ich nicht mehr. Das ist aber auch tatsächlich so. Also ich weiß noch, meine erste Brille, ich hatte wirklich ganz, ganz wenig Dioptrien. Das war auch so 0,25 oder 0,5 oder so. Und dann, ich fand die aber auch, weil das war auch so eine Brille wie die, so schwarz und so. Und dann fand ich die auch ganz cool. Dann dachte ich so, ist ja cool, so eine Brille tragen sieht vielleicht auch ganz gut aus. Wie alt war ich denn da? 15, 16 oder so? Und du siehst aus, als wärst du aus Zagreb zugeschaltet. Weil irgendwie, keine Ahnung, ein Touristenboot versunken ist, in der Adria oder so. Und nee, aber dann habe ich diese Brille gekriegt. Dann bin ich mit dieser Brille in den Park gegangen und habe mich da hingesetzt, habe die Brille aufgesetzt und alle Baumkronen waren auf einmal in 3D. Es war ein, ich konnte Blätter erkennen, nicht mehr nur so grüne Tupfen und so. Ich war, also ich war, also ich war, ich kann es nicht, also sowas habe ich nie wieder erlebt. Das war großartig. Krass. Ja, das ist der erste Moment, so wie wenn man so ein erstes Mal so einen Song hört, der einen so flasht. Ja, ja. Das kriegt man nie wieder. Ich finde es ja immer rührend, es gibt manchmal so bei Instagram oder wahrscheinlich auch bei TikTok, weiß man ja nicht, gibt es ja so Videos, wo so kleinen Kindern das erste Mal eine Brille aufgesetzt wird. Also so kleine Kinder, die sehr, sehr schlecht sehen und dann das erste Mal eine Brille aufgesetzt wird. Und dieses, das, das sind so Sachen, die sind sehr, sehr kitschig und sehr cheesy, aber das ist schon rührend. Das stimmt wirklich. Das habe ich auch auf TikTok gesehen. TikTok ist mein Tor zur Welt. Das ist deine Brille. TikTok ist deine Brille praktisch. Vollkommen richtig. Ja, ich will nochmal sagen, hallo Janik, hallo, hallo, hallo Leute. Äh, äh, ich habe hier vorhin was gelesen von wegen, ähm, hier von, äh, Tempe-Ritterin. Äh, erst war der Mann, was, TikTok-süchtig, dann hat er TikTok gelöscht, jetzt ist er Shorts-süchtig. Ja, YouTube-Shorts, ja. Es ist ja auch, man wird diese ganzen Reels und diese TikTok-Kultur, die wurde ja dann auch von YouTube adaptiert und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob das besonders erfolgreich ist, ich habe da noch nie was drüber gelesen oder gehört. Hallo, Phrasendreher. Ja, aber ja, wir werden alle auf 15 Sekunden, äh, runtergelevelt. Aber wer weiß, vielleicht ist es doch, vielleicht ist es einfach auch gut und richtig so. Man weiß es ja nicht, ne? Was soll man immer halbstündige YouTube-Videos sich reinziehen? Das Leben ist kurz. Mhm. Ja. Dieser Moment, wenn du rausgehst und die Bäume haben Blätter. Ich glaube, das war die Lockdown-Zeit, ne? Nach der Lockdown-Zeit. Ähm. Ähm, ja, aber was ist denn mit deiner Also, wie viel Dioptrien, magst du das sagen, wie viel hast du? Also, nach meinem Dafürhalten, ehrlich gesagt, äh... Ach, das ist eine Schätzung, so eine Einschätzung von dir jetzt, oder was? Wie viele Dioptrien du hast? Also, ich muss sagen, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich müsste jetzt den Brillenpass irgendwo rauskramen. Aber nach meinem Dafürhalten, finde ich, ist es viel zu viel. Äh, 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 mal... Also, wenn ich so überlege, ähm, was, was, was meine Mutter für Stärken hatte in den, in den Gläsern, äh, äh, die brauchte auch so einen bestimmten Schliff oder so teurere Gläser, weil sie sonst so rausgeguckt hätte, wie so durch so Cola, äh, Flaschenböden und so. Und, ähm, das wurde auch immer schlimmer im Alter, äh, 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 also, ganz ehrlich, ne, äh, ich befürchte das Schlimmste mit dieser, man sagt ja auch, ne, Bildschirmarbeit und so, das, das bist du auch irgendwie, verändert die Augen auch und so. Ich weiß nicht, also, ich, äh, irgendwann brauche ich eine Brille, die kostet so viel wie ein Einfamilienhaus oder so. Uncool. Aber du, Carlo, wir haben ja das Glück, wir gucken ja mittlerweile auch nur mehr raus als rein. Wir gucken ja praktisch in die Welt raus, durch unsere Kamera. Ist auch gut. Weitblick. Ja. Äh. Ja, 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 klar, klar. Ja, ja, ja. Ist Stephen King eigentlich schon blind? Ich dachte, lebt der noch? Stephen King? Machen wir nicht schwach. Stephen King, der lebt doch noch, oder nicht? Äh, äh. Du meinst Prinz. Das ist, nein, du verwechselst das. Ja, kann man schon mal, aber, äh, Ja, Stephen King, äh, 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 ich dachte, weil jetzt der Sohn irgendwie die Bücher schreibt. Oder schreibt der hier mit dem Vater zusammen. Äh, äh, nee, weiß ich, ich weiß es nicht. Vielleicht weiß der Chat das. So lange können wir nicht warten. Nein, aber Stephen King, als ich jugendlich war, hat er mir, äh, hat er mir nicht erzählt, sondern er hat erzählt bei einem Interview, dass er wohl, ähm, dass das die Sehschwäche immer stärker wird und dass er wohl irgendwann blind sein wird und dass er wohl irgendwann blind sein wird. Dass das definitiv so ist. Aha. Und das stelle ich mir krass vor, wenn man weiß, man wird irgendwann blind sein. Das finde ich krass. Deswegen frage ich aber jetzt, ob der jetzt schon, aber er weiß ja noch nicht mal, ob der lebt oder, ähm, schweigen, ob er sehen kann. Ja, aber gut, wenn er jetzt nicht mehr lebt, dann kann er definitiv nicht mehr sehen. Hallo, One Egg Boy, danke für dein Raid. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Raiders. Herzlich willkommen hier zum Mittwochstream mit Carlo und Plückebaum, Plückebaum und Carlo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Wir sprechen gerade über Steve. Ach, genau, hier. Hat sich gegen den Hagen auch gesagt? Ach so, Ernhase ist auch da. Hallöchen, Ernhase. Schön, dass du auch da bist. Hallo, hallo. Ja, das ist ja ein großer Erfolgssport geworden. Hallo, Herr Kakapopo. Hallo, Call of the Coffee Face. Das ist ja ein großer Erfolgssport geworden. Dass irgendwie Leute auf Twitter für tot erklärt werden oder so. Aber ich mach das auch ganz ohne Twitter. Ich hau dann einfach mal raus, hier, Stephen King lebt ja überhaupt noch. Und du kriegst einen Knall, ne? Bist du so ein großer Stephen King-Fan? Ich oder was? Ja? Nee. Ich find, ich hab mir früher mal im Jugendalter, hab ich mir ein Buch, also ich fand die Filme cool, also ein paar Filme hab ich gesehen, fand ich cool. Dann wollte ich ein Buch lesen und das war Needful Things. Und das hat sich so unglaublich in eine Länge gezogen. Das war so ein dickes Buch. Und er hat wirklich über der, ging eine Nachbarin, da guckte die Hauptperson raus aus dem Fenster und dann ging eine Nachbarin einen Müll rausbringen. Und dann ist er abgeschweift und hat über die Nachbarin tausende von Seiten geschrieben, was die so für ein Leben hat. Aber er fand die gar nicht statt in der Rolle, in dem Buch irgendwie. Hat gar nicht zur Handlung beigetragen. Und er ist so abgeschweift immer. Und er hat das so in Länge gezogen. Ich find diese Kurzgeschichten gut. Aber so diese dicken Bücher hab ich nie, fand ich wahnsinnig unknackig. Du? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die sind wirklich alle sehr verschachtelt und länglich und so. Frau Carlo hat ein paar Stephen King Bücher gelesen. Ich habe nie Stephen King Bücher gelesen. Aber ich weiß von Frau Carlo, wenn sie mir erzählt hat, die Unterschiede zwischen den Filmen und den Büchern, dass das wirklich teilweise wie Tag und Nacht ist. Also dieses S ist total verschachtelt und viel verdorbener das Buch als irgendwelche Filmadaptionen und so. Und also ich bin da, also ich gucke hier diese Verfilmung, sag gleich hier mit Jack Nicholson. Sag schnell, sag schnell. Ach Mensch. Shining. Das ist doch auch ein Stephen King Buch. Das ist doch auch ein Stephen King Buch. Das feier ich natürlich. Aber diese Bücher, ich bin da nie. In dieses Rabbit Hole, wie du sagen würdest, bin ich nie reingerutscht. Ehrlich gesagt. Aber die Filme, so wenn der Stoff verfilmt wird, sag ich mal ja. Ui. Ja, 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 ja. Liebes Leser. Also Vicky, das ist ja unglaublich. Eine unglaubliche Situation hier. Soll ich übernehmen oder was? Rät mal schnell rüber. Das wäre schade. Klipp das, klipp das, klipp das, klipp das. Mein Gott. Hast du eigentlich noch Geduld zum Lesen? Also das letzte. Ja, also grundsätzlich, ich nehme mir natürlich, Kuskus Ritterin, danke fürs dabei sein. Und hallo an alle Raiders. Hallo Leute, danke One Egg Boy, Kuskus und viel Freude bei deinen Terminen. Mein Gott, der Mann ist aber viel beschäftigt. Nee, also ich muss sagen, ich nehme mir natürlich immer wieder vor, mehr zu lesen. Das letzte Buch, das ich mit Begeisterung gelesen habe, war hier die Biografie oder die Autobiografie von Andrew Agassi. Das habe ich wahnsinnig gerne gelesen. Ich habe das wirklich verschlungen. Und der Ghostwriter, der für Andrew Agassi dieses Buch geschrieben hat, der hat jetzt auch das Buch für Harry geschrieben. Für unseren Prinz Harry. Und alle feiern diesen Stil, in dem dieses Buch geschrieben ist und wie das so aufgebaut ist. Und ich kann es mir gut vorstellen, als ich gehört habe, dass der Typ auch das Buch geschrieben hat von Harry, Ich bin kurz davor, mir das zu holen. Und dann suchte ich mir das rein. Klar, kann ich mitreden. Aber Harry, das interessiert dich? Nee, es interessiert mich nicht, aber es interessiert mich jetzt, wie das einfach geschrieben ist. Ach so, okay. Und das würdest du dann auf Englisch lesen? Nein, in der deutschen Übersetzung. Ich bin faul. Okay. Weil dann weißt du ja nicht so richtig, wie es geschrieben ist, oder? Ja, naja. Ja, also da würde man jetzt aber auch das, ich sag mal, das Übersetzerhandwerk geringschätzen. Gerade in Deutschland, Synchronisierung von Filmen sind ja großartig. Und auch viele Übersetzer ins Deutsche sind großartig. Also ich würde das mal nicht so geringschätzen, möchte ich mal sagen. Oh, ich hab doch gar nichts gesagt, mein Gott. Ich stell doch hier nur Fragen. Interessiert dich denn diese ganze Harry-Nummer? Nee, ich habe neulich Young Royals geguckt. Das ist eine Serie, die spielt im schwedischen Königshaus. Und da gab es eine Situation, eine Szene, da mussten die, weil irgendwie was schiefgelaufen ist, mussten die irgendwie den Ruf wieder glatt bügeln und haben sich im Königshaus getroffen und haben dann so bestimmte Leute eingeladen, haben dann so Fotoshootings gemacht, so Fotopressetermine gemacht und haben so verschiedene Situationen so, du stellst dich mal dahin, redest mit dem und so. Und da habe ich mir gedacht, krass, was für ein unglaubliches Spektakel und was für eine Inszenierung das ist. Und die eigentlich wie absurd und da habe ich mich auch aufgeregt und habe gedacht, wie ist das denn, wie kann man denn heute, also so albern, wie kann man denn so eine ganze Sache so inszenieren? Und irgendwie dachte ich mir dann, ja, das ist ja im Leben immer so. Das ist ja alles inszeniert und das ist ja alles irgendwie so eine Sache, wie kann, naja, auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, sofort wieder über das Leben, diese Frage war mir ein bisschen zu primitiv. Also da musste ich natürlich jetzt auf das Allgemeine, aufs Leben praktisch ummünzen, damit das irgendwie auch interessant ist. Praktisch, praktisch, praktisch. Und ja, nee, nee, also ich finde es interessant, diese Inszenierung und auch, dass das so eine eigene Welt ist, die so immer noch so bestehen bleibt und die man so aufrecht erhält und so ein System irgendwie, was abgekoppelt ist von der Realität, finde ich, so. Finde ich interessant. Aber ich finde es dann auch wieder anstrengend, dann liest man den einen Artikel, dann ist man auf der Seite von Harry und seiner Frau und dann wird es wieder anders dargestellt und dann denkt man sich, irgendwann merke ich dann auch, dann denke ich mir, dann erwische ich mich dabei, dass ich denke, mein Gott, die nehmen sich aber auch wichtig und so. Und so wichtig ist das doch alles nicht. Und dann denke ich mir, das ist wieder nur so dargestellt worden von der Presse und so. Also ich weiß nicht, ich schwanker da immer so zwischen gelangweilt sein, genervt sein und doch ein bisschen Interesse haben. Es stimmt, also es geht mir, es geht mir auch so, ich kann durchaus auch verschiedene Ebenen und Aspekte an dieser ganzen Auseinandersetzung, an diesem Streit, an diesem Skandal, kann ich durchaus nachvollziehen. Also auch die Kritik am Königshaus und, aber dieses Durchinszenierte, muss ich natürlich auch sagen, das interessiert mich fast noch mehr. Also erst dieses Oprah-Interview, dann kam jetzt dieses Buch, dann war ja die Queen zwischenzeitlich gestorben, da soll er ja doch noch mal ein bisschen was am Buch geändert haben, hieß es dann. Was? Was? Wo warst du denn die letzten paar Monate? Mein Gott, wo bist du denn? In einem Rebbetol, wie du sagen würdest. Du bist im Keller gesessen und diesen Pulli gestrickt, so. Ich hab hier mein Stream-Deck eingerichtet, das hat sich komplett verschossen, hab ich keine Zeit zu gehabt für die Queen. Die werte Queen hätte mal warten müssen. Da hätte ich auch ein bisschen Beachtung für geschenkt. Vollkommen richtig, vollkommen richtig, vollkommen richtig. Ja, nee, also ich kann das irgendwie schon, auch die persönliche Ebene kann ich absolut verstehen, was die da jetzt gegeneinander haben und so, aber wirklich, mich interessiert auch diese Inszenierung noch mehr als dieses Ganze hin und her. Ich find deinen Take auch gut und diesen Ansatz gut, dass du sagst, was nehmen die sich alle so wichtig? Das find ich schon wieder großartig. Und nee, ich muss wirklich sagen, wie das durchinszeniert ist und wie jetzt wahrscheinlich der Palast reagiert oder auch nicht oder ob er einfach sagt, das sind Trolle und Trollen, geben wir keine Brotkrum hin und so. Das find ich jetzt irgendwie interessant, wie es weitergeht. Ich hätte halt gedacht, nach diesem Oprah-Interview war eigentlich alles gesagt, jetzt immer noch wieder mit Anlauf auch den eigenen Ruf in der Öffentlichkeit zu ruinieren. Jetzt hat er ja gesagt, er hat irgendwie 25 Taliban erschossen. Da haben seine alten Kameraden gesagt, das ist so ein Typ, der nur noch ein Bein und einen Arm hat. Der sagt auf Twitter, Harry, ich liebe dich, aber halt einfach mal die Klappe. Also es wird halt immer schlimmer jetzt so. Es ist alles so ungut, fühlt sich alles so ungut an, auch wenn viel Kritik mit Sicherheit berechtigt ist. Aber sie verheddern sich da jetzt in irgendwelchen Leaks und irgendwelche Einblicke hinter die Kulissen. Es ist irgendwie, puh, unappetitlich. Aber findest du es nicht irgendwie auch ärgerlich? Also man ist es so gewohnt, dass man so in Filmen zum Beispiel erst nicht weiß, was los ist. Und dann fiebert man. Und dann schlägt man sich auf irgendeine Seite. Und dann kommt die Wahrheit ans Licht. Und da hat man so eine Aufklärung im besten Fall. Aber so, das ist ja auch so ein bisschen ähnlich. Inszeniert und irgendwie auch so eine künstliche Welt und so. Und man wird wahrscheinlich niemals rausfinden, wie es wirklich war. Und dann geben die ein Interview. Und dann sagen die irgendwas. Und andere widerlegen das und so. Und dann reiten die sich mehr rein. Und man weiß aber nie, man wird nie wissen, was die Wahrheit ist. Das ist doch auch irgendwie, auch ein bisschen nervig, oder? Das ist jetzt bis zum, vor allem, was werden die jetzt machen die nächsten Jahre? Die können ja nicht einfach von der Bildfläche verschwinden. Die bleiben ja irgendwie auch ein bisschen im Königshaus dabei. So, angehörig, dem Königshaus angehörig. Ja klar, also dieser, auf jeden Fall dieser Familie angehörig. Diesen ganzen Repräsentationspflichten im Königshaus sind sie ja schon lange entbunden. Ich finde es nur auch interessant, wir nehmen die ja auch anders wahr. Für mich persönlich ist das natürlich ein Yellowpress-Thema. in England selbst oder am Vereinigten Königreich selbst. Ich meine, das kann man sich hier halt ja nicht so richtig vorstellen. Der König ist ja wirklich, die Königsfamilie haben ja so einen Verfassungsrang. Also das ist ja wirklich ganz wichtig für die Identität, für den Staat und so weiter und so fort. Was hier ja der Bundespräsident irgendwie ist. Wir können uns in diese Dimension, glaube ich, gar nicht so richtig reindenken. Was so ein Streit, was solche Skandale eigentlich da bedeuten. Für uns ist das alles so irgendwie, da ist der Prinz und der Prinz erzählt von wegen, William hat ihn irgendwie am Schlawittchen gepackt und da ist seine Halskette bei zerrissen und das sind ja alles, wo wir so sagen, ach du meine Güte. Und in England, glaube ich, hat das einfach eine viel krassere Dimension natürlich. Da ist die Halskette so in Zeitlupe zerrissen. Ja, man sieht das so. Vom inneren Auge. Sie stehen vor diesen schweren Brokatvorhängen. William hat jetzt auch mal genug, packt ihn so am Kragen, die Halskette zerreißt. Er geht zu Boden. Er fällt auf den Futternapf vom Hund. Der Futternapf geht kaputt, weil er aus Porzellan ist. Und die Scherben bohren sich in den Prinz-Arsch. Und das sind natürlich Geschichten, wo ich natürlich sage, kannst du dir nicht ausdenken, großartig. Auf der anderen Seite, auf persönlicher Ebene, ist ja auch eine große Tragik damit, dass jetzt alles noch mal so öffentlich und so, dass er sich da irgendwie so sieht, dass das jetzt raus muss, weil er sich das von der Seele reden muss und so. Aber es ist natürlich, also das kann sich ja kein Drehbuchschreiber, auch wenn du Young Royals gesehen hast, das ist ja wirklich, die besten Geschichten schreibt das Leben. Ja, aber glaubst du, dass er, bevor er dann diesen Wutausbruch hatte, das Wasserglas so genommen hat und so zusammengedrückt hat und das ist so zersprungen und die Scherben haben sich so in seine Hand, in das Handinnere so geschnitten. Und er hat dann immer fester zugedrückt und dann tropfte das so raus erst und dann lief es dann so raus. Glaubst du das auch? Ja, also, ja, also, ja, also, es ist, wie sagte das Königshaus an einem Punkt mal so schön in so einer Pressemitteilung vor vielen Monaten oder vor Jahren schon, the memories may vary, das war so interessant formuliert, die Erinnerungen an bestimmte Vorkommnisse mögen variieren, aber schlussendlich sind wir doch alle eine Familie und so, stand mal an so einer Presseverlautbarung. Ja, es ist halt, man kennt es ja auch irgendwie aus dem eigenen, aus dem eigenen Leben und so. Ich glaube, da ist ganz viel dran, dass die Kritik berechtigt ist am Königshaus und auf der anderen Seite, wie du so schön sagst, mein Gott, was nehmen die sich alle wichtig, ne? Ja, Jule Leit hat mal wieder was geschrieben, was ich ganz gerne besprechen möchte mit allen. Jule Leit hat geschrieben, Hallo Chef, Komma, Hallo bester Streamer der Welt, Komma, Hallo zusammen. So, und das möchte ich jetzt gerne mal, da möchte ich jetzt gerne mal wissen, wie das gemeint ist. Hallo Chef, also Hallo Carlo, Hallo bester Streamer der Welt, also Plöckebaum, Hallo zusammen, also Hallo Chat. Oder ist es Hallo Chef, der beste Streamer der Welt, Hallo zusammen. Und mit zusammen bin ich dann auch gemeint, oder was? Wie ist das gemeint, bitteschön? Ich glaube, es ist schon wieder so clever formuliert, dass sich da jeder was daraus mitnehmen kann, wie er es möchte. Und das ist ja das Geniale. Nee, finde ich nicht. Finde ich so vagehalten und vagehalten, finde ich, man muss mal auch mal so ein bisschen deutlicher reden. Hauptsätze, 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 bam, 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 bam. Und Ausrufezeichen, ja. So, und während Jule jetzt ihre Message noch mal in Hauptsätzen noch mal neu formuliert, möchte ich hier noch mal ganz kurz, oder einfach Plöckebaum sich irgendwie ein Leseverständnis zulegt, möchte ich hier noch mal ganz kurz drauf eingehen, was hier für uns zu Stephen King geschrieben wurde, Germanistan, hier von wegen Shining, die erste Verfilmung, fand Stephen King total scheiße von Stanley Kubrick. Und dann gab es ja aber tatsächlich noch mal wirklich eine neue Verfilmung, oder war das so eine Serie mit fünf Teilen oder so, da wurde Shining noch mal neu verfilmt. Und ich weiß genau, ich konnte mir, wo ich das gesehen hatte mit Frau Carlo, die Neuverfilmung von Shining, da wusste ich genau, was Stephen King an der alten Version scheiße findet. Nämlich, dass die alte Version stringent erzählt war und dass ganz viel weggelassen wurde, dass man auch irgendwie mitkam. Und in der neuen Shining-Verfilmung, es war auch wieder so viele Ebenen und dann hatten ganz viele da Shining und nicht nur dieser Junge und dieser Mann und man kam schon wieder gar nicht mehr hinterher und so. Und ich kann mir schon vorstellen, was Stephen King an vielen Verfilmungen seiner Bücher scheiße findet, nämlich, dass sie ordentlich erzählt sind. Das findet er scheiße. Die Ideen von Stephen King sind halt immer 10.000 Mal genialer, glaube ich, als wie es dann erzählt und geschrieben ist. Das ist die Sache. Ja, das kann sein. Kann sein. Kann sein. Hallo Pommes-Punk. Ich will jetzt reden. Ich will Chatmenschen begrüßen. Fall mir nicht immer ins Wort. Beim Mindestmaß an Höflichkeit. Hallo Pommes-Punk. Und hallo Bert van Böck. Hallo. Hallo. Hallo, hallo nochmal, Aaron Hase. Hallo, hallo. So, jetzt habe ich wieder mich mit dem Chat gutgestellt. Jetzt kannst du uns wieder reinreiten. Bitteschön. Ja, genau. Ja, auf Juli Leid gehe ich jetzt gar nicht ein. Diese Frage steht mit Absicht offen, sodass jeder einfach der Beste ist. Habe ich mir gedacht. Ja, einfach alles wahrgehalten. Alles wahrgehalten. Sich nicht mal festlegen. Einfach mal sich festlegen im Leben. Keinen Mut zu haben, sich festzulegen im Leben. Immer wahrgebleiben. Habe ich mir gedacht. Armes Deutschland. Armes Deutschland. Ja. Armes Deutschland. Kario hat wieder recht, ganz klar. Und Aaron Hase sagt, das finde ich super, das heißt, wir müssen in Deutschland der Familie Geissen jährlich mehrere hundert Millionen Euro aus Steuern geben, als GZSZ-Format aufziehen und zwischendurch regelmäßig große PolitikerInnen zu ihnen einladen. Dann hätten wir ja auch wieder eine Königsfamilie in Deutschland. So. Ja. So. 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 Und ich habe mir Geissen ja schon als Bundespräsidenten gewünscht, damit wir auch sowas haben wie Trump. Das habe ich mir ja schon mal gewünscht. Also die Geissens haben wahrscheinlich auf jeden Fall die geileren, nietenbesetzten T-Shirts als das englische Königshaus. Da haben die Geissens King Charles einiges voraus. Und die besseren Zähne. Und die besseren Zähne. Hat Charles schlechte Zähne? Das wäre mir noch nie aufgefallen. Nein, aber die Geissens haben bessere Zähne. Ja, die haben ja alle diese kompletten Veneers für 30.000 Euro. Diese komplette Verschalung da. Besser kann es nicht sein. Besser kann es nicht sein. Wobei ich mich immer gefragt habe, wie das funktioniert. Sind dann die echten Zähne, ich meine, ich glaube, die Töchter hatten das ja schon mit drei oder vier Jahren. Äh, sind das die echten Zähne? Und da drüber kommt dann dieses Porzellan. Sind die echten Zähne da noch drunter? Oder ist das irgendwie... Du meinst, ob die rausgerissen sind? Oder wird alles rausgerupft? Ich glaube, die sind da, also die müssen da drunter sein. Das denke ich auch. Ich glaube, die sind da drüber gestülpt oder so. Kann das sein? Aber wäre das nicht toll, wenn die Zähne vorher alle rausgerupft würden? Stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor. Vater Geißen, um jeden Zahn kommt so eine Schnur, hinten an die Yacht dran. Die Yacht gibt Vollgas, Richtung Sardinien. Wumms. Zähne raus. Und direkt, schnick, schnack, Veneer rein. So, jetzt fährst du die Karre mal ab da, ich meine ganze Zähne raus. Fahr mal ab da. Schneller. Muss es schneller gehen. 1.000 PS. 1.000 PS. Drücken wir eigentlich auf die Zube. Aber, ja, meine, 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 eine Arbeitskollege von meinem Vater, der hat eine Frau, jetzt noch nicht überraschend, und die haben beide irgendwie Probleme mit den Zähnen gehabt. Und er hat dann angefangen, er hat dann gesagt, komm, ich rupfe das alles raus, das ganze Gemüse rupfe ich raus. Und dann ist er zum Zahnarzt gegangen, hat sich alle Zähne rausmachen lassen und trägt jetzt ein Gebiss. Und er sagt, was Besseres hätte ich ja nicht machen können im Leben. Das ist das Beste. Überhaupt. Keine Probleme mehr. Nix. Gar keine Probleme mehr. So. Und der war so begeistert, dass seine Frau sich das auch hat machen lassen. Beide Zähne raus, Gebiss rein. Beide sind glückliche Gebissträger. Das finde ich krass. Also, dass ich das nochmal erleben würde, hier im Carlo-Kanal, dass jemand eine Geschichte erzählt von zwei glücklichen Gebissträgern, das finde ich, das finde ich, also, das kriegt ihr wirklich nirgendwo anders. Also, das ist, da kannst du lange Twitch gucken, das gibt's wirklich nur hier. Komm, wart ein paar Jahre und dann hast du auch noch ein Gebiss. Ich hab ja jetzt schon, der Gag ist ja immer, man sieht ja meine Zähne immer nicht so. Ich hab ja jetzt schon keine Zähne. Es ist ja, äh, jetzt sieht man nicht. Hat man die früher gesehen? Ich weiß nicht, ich hab einfach lange Lippen oder so. Lange Lippen, von links bis nach rechts, ne? Sind, gehen die, ne? Bis hinter den Ohren! Ja, aber ich stell mir das irgendwie auch traumhaft vor. Ich stell mir das mal vor, weil dieser ganze Ballast, der auf einem liegt, gerade wenn man zum Zahnarzt geht und dann hört, was man alles machen muss, man muss eigentlich den ganzen Tag sich mit der Spülmaschine beschäftigen und mit seinen Zähnen. Ist so. Ist so. Und wenn man das alles rausreißt, das ganze Gemüse rausreißt, mein Gott, und dann einfach auf den Gebiss rein, irgendwie hat der sowas Unabhängiges irgendwie, oder? Ja, es ist halt auch, ich meine, das sind ja so viele Einzelbaustellen dann oft ab einem gewissen Alter im Mund. Mit Füllungen, Füllungen müssen erneuert werden. Brücke oben links, Brücke unten rechts, ein Implantat hast du auch schon. Irgendwo hast du noch eine Krone. Du bist ja nur noch, also ich möchte mal sagen, du kannst ja beim Zahnarzt einziehen, dass man dann irgendwann auf die Idee kommt, pass mal auf, alles raus, Gemüse raus, wie du so schön sagst, und einfach mal so eine Komplettlösung. Ich meine, ich kann das schon irgendwie auch verstehen, wenn man auch mal genug hat dann, ne? Ja, ja, eben, ja. Snusnu, hallo. Hallo Snusnu, hallo, hallo. Ach, die echten Zähne werden abgeschliffen. Lass mir das zur Zeit auch machen. Oh, Heidex. Lass sich neue Zähne machen. Wie cool, wie interessant. Also, da wünsche ich wirklich alles Gute für. Ich war ja selber mit zwei Füllungen ein bisschen unterwegs im Dezember. Neulich hatten wir einen Anrufer, dem ist auch was ganz Schlimmes passiert mit seinem Zahn. Heidex, alles Gute, ne? Kannst du das kurz anreißen, aber nicht detailliert, sonst kriege ich einen Ohnmachtanfall. Mich interessiert es irgendwie, aber ich weiß, dass ich es nicht vertrage. Also, ich fang mal so, ich fang mal ganz vorsichtig an, ja? Das ist jetzt schon, das reicht schon, reicht mir schon. Reicht mir schon. Nee, sag, stopp, bitte. An einem Wochenende? Stopp! Ja, so, red weiter, red weiter jetzt. Also, an einem Wochenende? Oh, mir zieht es schon mit den Gängen im Körper. Weisheitszähne zu groß? Plötzlich? Einem Wochenende? Du weißt ja, wie das ist, so halber Millimeter, immer wieder ein Zehntel Millimeter, schieben sie sich nach vorne. Anderer Zahn wird verschoben. Zahnwurzelentzündung? Der ganze Zahn wird notfallmäßig ohne Betäubung abgeschliffen. Was? Hab ich auch gesagt. Aber warum bei einer Wurzelentzündung der Zahn abgeschliffen? Abgeschliffen? Warum denn abgeschliffen? Ach so, der Weisheitszahn, damit das nicht mehr drückt, oder was? Und Wurzel vorher noch gekappt und alles Mögliche. Das Gespräch wird noch auf YouTube kommen. Da war ich aber ganz klein mit Hut mit meinen zwei Füllungen. Kannst du dir vorstellen? Mhm. Über Füllung reden wir nächste Woche nochmal. Oh, bist du jetzt dran, oder was? Ja, ja, verdräng ich. Eigentlich Kackapopokram. Also Kackapipipipitelkram. Aber ich verdräng's und ich möchte noch nicht drüber sprechen, aber nächste Woche. Okay. Königin, komm mal an. Zahnstream. Der große Zahnstream. Ja, leider kann man das ja, so seine Zahnbehandlung nicht streamen, weil wegen Blut und so. Schade eigentlich. Auch ganz gut. Ich habe neulich, also bei so Spiegeln, man entdeckt dann ja immer so, die ZahnärztInnen, wenn die einen behandeln, denke ich immer, sehen einen ja aus so einem Winkel, wo man sich nie sieht. Und vielleicht ist man, ist man irgendwie ganz, weiß nicht, vielleicht ist das auch gut so, dass man sich nie so sieht. Nee, wirklich. Entschuldigung, dass ich da gleich reingrätsche. Ich hatte dann mal Zähne von mir mit dem Handy so fotografiert. Ich habe mir das Handy so in den Mund geschoben und mal fotografiert. Also es sieht ja wirklich wahnsinnig hässlich aus, so ein Mund von Ilm. Also das ist aber nicht schön. Ja. Nee, auf jeden Fall dachte ich dann, das Erlebnis hatte ich dann ein paar Tage später. Ich habe ja so einen Marathon an Retuschen. ModeratorInnen wurden fotografiert und ich habe es retuschiert und so und musste dann ganz nah an diese Gesichter rangehen und retuschieren. Und dann habe ich gesehen, einer, der hat sich hier nicht mehr rasiert. Er hatte hier so ganz lange Haare stehen. Also keine dunklen, aber so ganz lange Haare. Die hat er vergessen einfach, weil man das nicht sieht. Weil man vor dem Spiegel steht und dann praktisch diesen Bereich wahrscheinlich nicht sieht. Praktisch. Praktisch. Und hier auch irgendwie. Und dann dachte ich mir, krass, da muss man, man muss viel besser, viel mehr hingucken, weil andere sehen einen immer irgendwie anders, als man sich selber sieht. Und dann rechnet man mit irgendwas nicht und so weiter. Wobei, ich sagen muss, in vielen Kulturen und in vielen Ländern Asiens lassen sich die Männer ja auch so Haare stehen. Das sind so Glückshaare. Das sind dann so 30 Zentimeter lange, so ein 30 Zentimeter langes Glückshaar am Ohr. und die sind zutiefst betrübt, wenn das irgendwie abbricht oder abfällt. Hm. Weinen die dann und so? Vielleicht war das so ein Ding. Vielleicht war das einfach so ein Ding. Vielleicht, vielleicht. Wir haben auf unserem, auf meinem Kanal Hartmut der Hypochonder geguckt. Und Hartmut der Hypochonder hatte, hat die ja natürlich sich immer informiert, was Krankheiten betrifft und so. Und er hatte einen Leberfleck hier. Hier. Hier hat er einen Leberfleck. Und er hat dann mal gelesen, dass man, wenn man einen Leberfleck hat, die Stelle nicht rasieren darf, weil das sonst irgendwie eine Krankheit in Krebs oder so. Wahrscheinlich im Zweifel immer Krebs. Und er hat dann in diesem Bereich nicht rasiert. Und er hat dann, er war Künstler selber, hat dann so einen ganz langen, so einen ganz langen kleinen Zopf gehabt, der hier so abstand. Auch einfach aus dieser, aus dieser, ja aus dieser, praktisch aus dieser Not heraus, dass man es nicht rasieren darf. Er hat es aber auch nicht abgeschnitten kurz, sondern er hat es so lang wachsen lassen. Er hat ein Ding daraus gemacht. aus seinem Leberfleck. Aber das ist schon wieder eine sehr exaltierte, eine sehr, ja, originelle Lösung, möchte ich mal sagen. Er hätte natürlich auch sagen können, ich lasse mir so ein, so ein, so ein, so ein Sieben-Tage-Bad stehen und gehe da immer nur mit diesem Share-Aufsatz drüber, dann kommt das ja auch nicht an die Haut, die klingen. Aber der ganz, ganz der Künstler, ganz der Künstler, unser Hartmut. Ja, da habe ich ja nur ein bisschen gelurkt. Da war ich ja nicht so richtig dabei. Ah ja, also typisch Hartmut. Typisch Hartmut wieder. Das ist der Grund, warum er das hat. Ja, Jule, also hier muss keiner doof sterben, Plücke weiß es, ne? Ja, ach so, ja, ja. Wo ich hier gerade lese, darf man, ja? Ja, nee, nee, wolltest du auch verlesen? Nee, nee, lese du mal. Ich lese mal vor und du nimmst den Ball dann auf mit deinem Tennisschläger und machst so einen richtigen schönen Smash ins Feld. Jule fragt, darf man Friseurbesuche eigentlich streamen? Weil Friseurbesuche sind doch eigentlich vor dem Gesetz eingewilligte Körperverletzungen oder nicht? Jetzt wird es aber direkt wieder juristisch auch, ne? Hm. So wie ja auch eine Operation eine Körperverletzung ist, ne? Auch, ja, eingewilligt, ja, zu, ja, eingewilligt, ja, aber jetzt wird, aber jetzt wird es nochmal, nochmal komplizierter, weil ich habe ja meinen, die Welt erinnert sich natürlich an meinen Haarschneidestream, hätte ich das dann, fällt das dann auch in der Körperverletzung, wenn ich mir die selber Haare schneide? Gibt es dafür ein Gesetz? Ist es im Gesetz vorgesehen, dass man sich selber die Haare schneidet? Ich glaube nicht. Das ist eine Dunkelziffer. Lücke im Gesetz, oder? Ich glaube nicht. Was glaubst du nicht? Also ich glaube, du darfst dir selber, äh, äh, vieles antun, auch Haarschneiden. Ah ja. Mhm. Sag ich jetzt mal so. Also sag ich jetzt mal so. Okay. Ja. Mhm. Interessant. Also eine Damenspielung darf man live streamen. Echt? Ach. Ja, da bin ich doch dabei. Aber wer, also gibt's dafür, also gibt's bei Twitch so eine Regel? Ist das da irgendwo aufgeführt, dass man, ne, ist das in den AGBs drin? Eine Damenspielung darf man streamen? Ähm, also es gibt natürlich Sachen zu selbstverletzendem Verhalten und so weiter und so fort, auch wie man über selbstverletzendes Verhalten spricht und so weiter. Ähm, aber darf ich bei dir onstream eine Damenspiegelung machen? Das wär mir ja ein Fest, ne? Du bei dir auf meinem Kanal oder du bei mir praktisch im Darm drin? Ich bei dir, also ich mach bei dir eine Damenspiegelung, äh, ist egal. Erst die erste, die erste Halbzeit auf meinem Kanal, die zweite Halbzeit auf deinem Kanal. Das wär doch mal ein Ding. Aber ich bin doch betäubt dabei, oder? Oder lässt sich dann so das alles... Dann wirst du da nicht betäubt. Da lernt man dich nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. So sieht's ja nicht aus. Von einer ganz anderen Seite, von einer ganz anderen, also praktisch von innen, lernt man mich dann kennen. Inneren Werte, so. Ja, die inneren Werte, darauf kommt's ja an. Mal gucken, ob du deine Kunstfigur dann auch noch aufrechthalten kannst, wie du immer so schön sagst. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Bin ich endlich durchspreiert? Zeitweise? Äh. Oder nicht? Ich hör, wie, was? Ich finde, alles wie immer. Alles wie immer, sehr gut. Die Technik humpelt, äh, vor sich hin, äh, wie immer. Aber jetzt mal, äh, kurzer Themenwechsel. Oh. Oh, 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 yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Magst du das Lied? Äh, war hier für 3000 Kanalpunkte gewünscht, äh, dass ich happy auf der Kazoo schmettere. Das nur mal eben eingelöst, bevor ich's vergesse, ne? Psychiater Tim, nur für dich, nur für dich. Wo war das denn jetzt? Äh, im Chat, äh, 17.13 Uhr. Ich bin auch schon wieder da lang überfällig. Hallo Tippetab, ich bin schon wieder lang überfällig, dass ich's, dass ich's einlöse. Wahnsinn. Ganz weit oben, da muss ich ja nach oben scrollen. Ja, Erin Hase, du fragst, äh, du stellst das vollkommen zu Recht fest, denn, was man sehr gut auf der Kazoo machen kann, sind so Powerballaden und so ein Kram. Was immer nicht so gut ist auf der Kazoo, das ist irgendwie, ja, keine Ahnung, Hip-Hop-Songs, Happy, da kommt man sehr schnell an seine Grenzen und so. Powerballaden, das geht immer sehr, 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 sehr gut. Powerballaden. Ich habe neulich eine, boah, warte mal, ich hab neulich von, 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 äh, wie heißt das denn? Hot Chocolate. Gab doch mal Hot Chocolate. Komplett vergessen. Ihr singt bitte nicht, I believe a miracle. Weil die haben auch andere noch sehr, sehr schöne Lieder gehabt, aber das, glaube ich, heißt Believe oder Miracle, das wurde in so einer Cover-Version gespielt von einer, von einer Sängerin und das hat mich weggeflasht diese Woche. Das war richtig krass. Ich weiß leider den Namen nicht, aber manchmal denke ich mir, so Klassiker, also oft, oft, also manche Lieder sollte man ja nicht anrühren, zum Beispiel Weather Girls, finde ich. Ich kann auch Raining Men nicht mehr hören. Das ist wirklich, also, ein Heiligtum, äh, ist in so einem Panoptikum verewigt. Niemand darf Weather Girls, äh, it's Raining Men, darf niemand covern. Ja, ja, ja. Ich finde, da sollte, da, wenn die singen und einem wirklich die Ohren weghauen, weil es so eine krasse Power ist, das kann ja keiner machen, so. Ähm, und deswegen, gewisse Lieder sollte man einfach nicht covern. Und eigentlich dachte ich, dass, äh, dieses Happy, äh, Quatsch, dieses, ähm, I Believe in Miracle, ähm, dass das auch nicht zu covern sein darf, aber das war wirklich eine richtig krasse, tolle Version. Unglaublich gut, unglaublich gut. Ich glaube, der, hätten wir jetzt, ja? Ich glaube, der, 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 der ehemalige Drummer von Hot Chocolate ist jetzt gestorben. Stand das nicht in der Zeitung? War das anlässlich, deshalb? Aber nicht, dass ich schon wieder jemanden für tot erkläre, der es gar nicht ist. Das ist heute, das ist heute so ein Ding von mir, ja? Prinz, die Queen, äh, Oliver Geiss, äh, Robert Geiss. Wer war denn das noch vorhin? Steven King? So, vollkommen richtig. Ja, 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 ja. Oh. Oh, du musst wieder spielen. Was denn? 1721. Oh. 1722. Oh, 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 oh. Da muss ich, äh, eine Sache kurz mal nachgucken, äh, denn da fällt mir nur der Refrain ein, glaube ich, und wenn ich mir den Songtext angucke, ah, jetzt kann ich, jetzt kann ich, pass auf, jetzt, jetzt, pass auf, jetzt, pass auf. Hm? Hm? Oh, nee, jetzt bin ich bei Heal the World gelandet, jetzt bin ich bei Heal the World gelandet, das war ganz schlecht jetzt, das war ganz schlecht, das war ganz schlecht. Ja, weiß ich auch nicht. Komm, mach, da mach ich den Refrain. Nur Refrain, keiner kennt die Strophen. So, ich hab die Gefühle. So, ich hab die Gefühle. nice het. Fuck. 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 ? Oh, da bin ich aber ganz hoch rangegangen. Aber man hat es erahnen können. Jetzt sagt nicht, man hat es erahnen können. Jetzt kann man es aber nicht anders sagen. Es war wunderschön. Twitschig. Besser als wie das Original. So, besser als wie das Original. Wenn du das sagst. Puh, mein Gott. Mein Gott, das ging aber richtig. Ich bin emotional angefasst. Du hast geweint auch so ein bisschen. Bisschen schon, ja. Die Oberlippe hat gezittert. Ja, ja, ja. Du, können wir ganz kurz mal über Werbung sprechen? Schon wieder? Ja, schon wieder. Nach dieser Einwurfwerbung. Ich kriege leider in regelmäßigen Abständen ein Magazin in den Briefkasten geworfen. Von einer Werbeagentur hier aus unserer Stadt. Und da ist ganz viel Nachhaltigkeit. Also erstmal ist das Thema Nachhaltigkeit da. Also man kriegt es ungefragt. Man kriegt ungefragt diese Broschüre in den Briefkasten. Diese drei Meter hohe Broschüre kriegt man in den Briefkasten. So. Schwer, ganz schwer. Wie viele Seiten hat die so auf wirklich auf starken Papier bestimmt 120 Gramm Papier gedruckt? Hat wie viele Seiten? Steht nicht da. Egal. Zu viele Seiten. 60 Seiten. 60 Seiten. Gottes Willen. So. Die haben in der letzten Ausgabe haben die über Nachhaltigkeit gesprochen. Oh, das ist aber ein süßes Baby hinten drauf. Oh, süß. Oh nee, das ist mein Lieblingsmagazin. Das liebe ich. Das ist toll. Das hat so viel Spaß. Euch soll ich mich belohnen. Oh, das finde ich schön. Was? Naja, belohnt euch. Naja, klar. Dann bin ich Fan. Und ich. Ja, Fan. Naja, auf jeden Fall wird da von Nachhaltigkeit ganz viel gesprochen. Warum auch immer man von Nachhaltigkeit sprechen kann, wenn man tausende von diesen scheiß Magazinen produziert, die keiner irgendwie haben wollte und einfach in den Briefkasten wirft. Aber trotzdem wird da von Nachhaltigkeit gesprochen. Aber auf der ersten Seite ist etwas wahnsinnig gut getextet. Mit der Überschrift weniger swipen, mehr lesen. Das ist schon mal sehr gut. Weniger swipen, mehr lesen. Also mehr im Moment sein, mehr sich Zeit lassen. Und jetzt steht da ganz viele tolle Sachen. Und die will ich euch ganz gerne mal vorlesen. Entschuldigung, bevor wir da einsteigen, wie schreibt man das Wort swipen? Ich weiß immer gar nicht. Es gibt ja so tap und swipen. 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 Weniger swipen. Okay. Nur am Rande. Also, weniger rasen, mehr schlendern. Weniger grübeln, mehr chillen. Weniger Mails Und jetzt kommt's Mehr Postkarten Weniger Fast Food Mehr Slow Cooking Weniger Vornehmen Mehr machen Der Däubel Wie heißt der nochmal? Der Wie heißt der nochmal? Dödel? Dödel? Der Dödel Mehr machen Weniger Vornehmen Mehr machen Weniger Nachrichten Mehr Unterhaltungen Weniger Jetzt wird's modern Das find ich schlecht ehrlich gesagt Was weniger Nachrichten Mehr Gespräche Gespräche Unterhaltung ist sehr sperrig Ja das stimmt Weniger Netflix Mehr Kino Was auch immer Gegen Netflix Sprechen soll Ja also da würden mir Hier im Chat glaube ich Ein paar Leute einfallen Die äh Lieber bis Zum Ende ihres Lebens Netflix suchten Als noch einmal Ins Kino zu gehen Mit irgendwelchen Knisterpapier Leuten Tuschelnden Leuten Handy raus Blitzbild machen Von der Leinwand Weil Tom Cruise T-Shirt aus hatte Und so Also Da Psychiater Tim Da Ja gut Jeder wie er mag Mein Gott Oh Ähm Weniger LinkedIn Mehr Dünne Buchse Das verstehe ich jetzt nicht Weniger LinkedIn Mehr Dünne Buchse Was ist das? Ne Ne Aber die Auflösung Erfolgt wahrscheinlich Nicht im Text dann Ja Aber du verstehst es auch nicht Nein Was ist LinkedIn? Ja habe ich nie Ja habe ich LinkedIn Aber du weißt schon Ungefähr was es ist Äh Aber ist wahrscheinlich auch egal Ja du brauchst dich gar nicht schämen Weil ich nämlich auch nicht LinkedIn sieht so ein bisschen aus wie Facebook Also wie das Facebook Button Und man klickt drauf Und dann ist es glaube ich so ein bisschen wie Xing Aber ich habe da auch nie mich mit beschäftigt Keine Ahnung Was ist Xing? Ich weiß überhaupt nicht mehr Ich habe nicht mal Spotify Was hast du denn? Apple Music oder was hast du? Ich kaufe meine Musik noch So richtig Die gehört mir Wirklich? Ja Wow Wow Der feine Herr Ja da müssen wir nochmal drüber reden Naja Ähm Weniger WhatsApp Mehr telefonieren So Ich weiß nicht was jetzt Weniger Nachrichten Mehr Unterhaltung Und weniger WhatsApp Mehr telefonieren ist Keine Ahnung Ich glaube also Der Chat wird auch glaube ich Äh Auch nicht wissen was telefonieren Oder Zwar wissen was telefonieren ist Aber Ganz klar wissen warum man das nicht macht Warum sollte man auch telefonieren? Hallo Ich habe eine Call-in-Show Auf Twitch vielleicht Das wird ja schon wieder rumgelabert Mein Gott Weißt du was ich viel interessanter finde? Ähm Äh Wenn man jetzt ein Persönlichkeitsprofil erstellt Quasi aus der linken Spalte Und aus der rechten Spalte Die Was ist das eigentlich für ein Typ In der rechten Spalte? Würde man mit dem eigentlich gerne irgendwie abhängen? Oder Was ist das so? Also erstmal Wenn da steht mehr telefonieren Dann möchte ich natürlich mit dem nicht zu tun haben Ich möchte keine Anrufe von dem kriegen Schau mal vor Der schlendert zum Kino Und chillt Und ruft mich dann dabei an Das ist doch irgendwie ein Horror Hochgekrempelte Hose Weiße Socken Weiße Sneaker Ne Naja auf jeden Fall geht hier weiter Weniger Insta Mehr Fotoalbum Ah ja Also Ja 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 Weniger Bürostuhl Mehr Sonnendeck Ja wer es sich leisten kann Viel viel Spaß Sag ich mal Ja Weniger Fitnessstudio Mehr Cross Country Moment mal Das heißt Das heißt doch nicht Cross Country Achso das ist dieser Querfeldeinlauf Achso achso Was ist das denn Was ist das denn Cross Country Das ist das nicht so ein Querfeldeinlauf Quer durch den Wald Aber auch da hätte ich Irgendwie was anderes Besser gefunden Es gibt doch zum Beispiel Mitten in der Stadt Gibt es doch diese Gruppen Das sind meist so studentische Gruppen Die machen so wie so Das hat auch einen Namen Irgendwas mit T irgendwie Die hüpfen immer über Irgendwelche Parkpoller drüber Und das ist auch so ein Ausdauertraining Aber du musst dafür nicht erst Mit deinem SUV rausfahren In den Wald Sondern das machst du einfach Mitten in der Stadt Springst du bei irgendwelcher Absperrungen und so Und Ach ja Das ist richtig krass Trimm dich Pfad Genau Janik sagt Trimm dich Pfad Der gute alte Trimm dich Pfad Genau ja Parkour Ja das Ja es geht so Richtung Parkour Es geht so Richtung Parkour glaube ich So heißt das irgendwie Ja 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 Aber das ist mega krass Irgendwas mit T Was Ja weil die können auch Die können auch An Die springen erst Aufs Geländer Dann machen sie Nehmen sie Anlauf Auf dem Geländer Ja 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 Dann kraxen sie noch so eine Wand hoch Ja Stoßen sich ab Und machen so einen Überschlag Und ja das ist mega krass Mega krass Ja Janik schreibt LinkedIn ist eine Online Berufs Ist ein Online Berufsnetzwerk Da seid ihr alle drin oder was Und mit Prinz Harry zusammen Weil er jetzt immer auf Jobsuche ist Ne und wieder gucken muss Wo er irgendwie ein Interview geben kann Da sehe ich euch Ja 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 Naja äh weniger liken Warte aber jetzt Jetzt kommt's Jetzt kommt's Weniger liken Mehr küssen Ja 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 Naja aber Ja gut Weniger Emoji Mehr Selbst Gesprühtes Weniger Emoji Mehr Selbst Gesprühtes Ja ist ja ein bisschen Bisschen an Haaren Herbeigezogen Was soll ich dir jetzt Dein 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 Handy Vollsprühen Mit Irgendwie Das geht ja gar nicht mehr ab Ja eben Und jetzt das Letzte Es schließt ab mit einem Feuerwerk Mit einem krassen Feuerwerk Weniger die Mehr wir Man wird ja so egoistisch heutzutage Man ist ja so egoistisch geworden heutzutage Ja 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 okay Also appellieren an den Zusammenhalt Und so dies das Gut ja Mehr wir Ja Mehr gemeinsam Fotoalben kleben Mehr zusammen in Urlaub fahren Ähm Äh Ja Ja Mehr Bilder malen zusammen Vollkommen richtig Also kann man ja nicht Jetzt kann man jetzt ja auch nicht sagen Kann man ja nichts dagegen haben Ja Nein aber ich finde es schon ganz Ganz lustig Dass Dass so ein So ein Magazin Was ja eigentlich für Also was ich ja eigentlich modern aufstellen will Also präsentieren will Dass man modern ist Dass es eigentlich gegen all Gegen alle modernen Sachen ist So Ist ja schon irgendwie absurd Ja aber langsam ist jetzt das neue modern Also die wirklichen Avantgardisten Haben jetzt ja wieder ein Gewächshaus Und äh Keine Ahnung Äh Fahren Lastenrad Keine Ahnung Das ist jetzt die Die neue Moderne Insofern ist das Heft natürlich up to date Ne Ja ja klar Was ist eigentlich Was ist eigentlich dieses Lastenrad Warum fahren eigentlich alle Leute Die früher Fahrrad gefahren sind Mit dem Lastenrad rum Ja weil es eine Tretunterstützung hat Da muss man nicht mehr selber treten So stark Sondern es ist diese Tretunterstützung dabei Äh E-Bike Ja ja quasi Ja ja Die haben ja viele so eine Tretunterstützung Sonst kriegst du das Ding von der Ampel ja nicht weg Wenn da drei Kinder und ein Ikea-Einkauf Äh Untergebracht sind Ich als Fußgänger Finde die wahnsinnig bedrohlich Weil sie wahnsinnig viel Speed drauf haben Wenn die an dir vorbeifahren Wie so eine Schrankwand Äh Auf dem Bürgersteig ja mit teilweise Das ist es ja eben Äh Da Der fliegt dir Also der fliegt mir meine Schiebermütze vom Kopf Wenn ich irgendwie noch ein paar Mandarinen Äh Gerade einkaufe Und Frau Kahlo eine bunte mitbringe Das ist das Leben von Fußgängern Mhm 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 Wenn Kahlo jedes Mal küssen müsste Wenn ich einen Post von ihm like Dann ähm Ja Dann ist Frau Kahlo glaube ich Äh Ganz Ganz außen vor Aber ich würde mich bereit erklären Also ähm Liked alles durch Daumen hoch auf YouTube Kommentare auf YouTube Für Kommentare auf YouTube Gibt es noch einen Zungenkuss hinterher Also da bin ich wirklich Äh Also Hab ich keine Scheu für irgendwas Digitaler Zungenkuss Oder so richtig mit 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 Zabba Ja gut das äh Muss man mal gucken Wie sich die Wie sich das Infektionsgeschehen Auch weiterentwickelt Ne Aber Aufgehoben ist ja nicht Äh andersrum Aufgeschoben ist ja nicht Aufgehoben Bist du ein guter Küsser Würdest du das sagen Ja Also ich glaube Hat sich noch keiner beschwert Ne Ich bin auch jemand Ich bin auch jemand Der der gut Küsse annehmen kann Also Ich weiß nicht Hab ich dir das mal erzählt Dass ich in Berlin In diesem Club war Im Berghain Und wir komplett neben der Kappe waren Und dann kam da so ein Holländer Der mich ganz toll Mit Auf Englisch Mit so einem holländischen Akzent Angequatscht hat Und wir hatten irgendwie Alle Glitzer im Gesicht Und hat er mir so einen schönen Schönen Kuss auf die Wange gegeben Und dann ist er aber In die Nacht Verschwunden Ich hab ihn nie wieder gesehen Das war Und zwar war das Im 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 Herrenklo Bereich Wo jede zweite Tür Irgendwie nicht mehr richtig sitzt Und Es war schön Ich kann auch Ich kann auch Küsse gut annehmen So ist es nicht Was heißt denn annehmen Also du hast die Wange hingehalten Oder hast du es über dich Ja ich lass mich also auch Keine Ahnung In Sperma verschmierten Clubs Lass ich mich auch irgendwie Von Wildfremden Nehme ich es auch Also ich nehme es wie es kommt Also ich bin Das klingt wundervoll Ja fantastisch Großartig Ja 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 Mhm Das ist mein Leben Wusste ich gar nicht Dass das dein Leben ist Sag mal Plückebaum So haben wir uns auf jeden Fall Nicht kennengelernt Ne so nicht Ja du bist ja Ich meine wir sitzen ja jetzt hier Ich sag ja Er ist in die Nacht entschwunden Und ich hab ihn nie wieder gesehen Ähm Ne aber hier Äh wo ich gerade sehe Der Der Was macht mein Laptop jetzt Ey mein Laptop ist so ne blöde Sau Ne Ich brauch ein neues Gerät Ne Ey Ich ist Ich habe alles Dieses Selbst updaten Und so Hab ich alles ausgestellt Und dann Fährt er immer alles runter Und fährt wieder alles hoch Irgendwas Irgendwelche Tabellen werden wieder Müssen wieder hergestellt werden Ich hab so richtig Hass langsam Auf dieses Gerät So schnell ist die Laune im Keller Oh nein Jetzt geht das wirklich Total in den Keller Gerade Merke ich Und was macht der Bist du jetzt Bist du jetzt darauf angewiesen Streammäßig Auf diesen Laptop Oder was Ne aber es nervt mich einfach Was macht der Was hat der denn so ein Eigenleben Was soll das denn Ich verstehe das sowieso nicht Apple Geräte sowieso Ich gehe mal davon aus Dass es ein Apple Gerät ist Apple Geräte sind ja so penetrant Diese Also wenn man ein Update machen will Da steht erstmal so Ein Update ist verfügbar So Dann ignoriert man das Und dann poppt das immer mehr auf Und es wird immer intensiver Es ist als wenn Steven Cock da oben auf der Wolke sitzt Und das persönlich steuert Und sagt Dich kriegen wir auch noch Dich machen wir auch noch Mürbe Dass du da auf dieses Ding zurück Und ich bin auch Irgendwann werde ich so mürbe Dass ich sage Ja komm mach die Scheibe Und installier die Scheiße Lass mich in Ruhe bitte Ich trenne ihn mehr Aber du ich habe das bei meinem Bei meinem Windows PC hier Für Stream habe ich das genauso Jedes Mal werde ich dreimal gefragt Ob ich jetzt auf Windows 11 gehen will Will ich nicht Windows 10 wird bis 2025 noch geupdatet Ich will da gar nicht auf Windows 11 gehen Da gibt es irgendwie Da ist dann irgendwie Der Windows Button nicht mehr links unten Sondern irgendwo mittig Und irgendwie irgendwelche Browser Werden durch Apps ersetzt Das sind dann nicht mehr so die klassischen Programme Sondern das läuft dann schon über Apps Und so eine Kacke wie auf dem Tablet und so weiter Aber nicht mit Carlo Da bin ich dagegen Aber man wird so oft gefragt Irgendwann verklickt man sich Und dann updatet man die Scheiße Und dann hast du hier so Dann fliegt alles um die Ohren Ja ist doch wahr Nein also ich meine Ich bin natürlich auch nicht Nein wo ich gerade im Chat lese Von wegen Ich bin jetzt auch nicht so renitent Dass ich jetzt keine Ahnung Bis 2035 Mein Windows 10 weiterlaufen lasse Aber ganz ehrlich Ich will das erstmal Das ist noch recht neu Da kommen noch ganz viele Wie heißt das Diese Patches Die gefixt werden Und dieser ganze Bums und so Ganz ehrlich Bis 2025 Ist Windows 10 wunderbar Das wird gepflegt von Microsoft Da wird die Viren aktualisiert Ich brauche kein Windows 11 Könnt ihr alle euch euer Windows 11 holen Und dann ein halbes Jahr An euren Soundeinstellungen rumdoktern Ohne mich Ohne mich Ohne mich Ganz ehrlich Ja Bums Er ein Hase schreibt Der fremde Holländer aus dem Berghain Ist das nicht von Theodor Fontane Ja da wollte ich ja gerade noch drauf eingehen Da ist der blöde Laptop neu gestartet Deswegen kam ich da irgendwie durch ein Tüdel Ja wie die jungen Leute sagen Ähm ja der fremde Holländer aus dem Berghain Das klingt eigentlich wie ein Buch Das er hätte noch schreiben müssen Wenn er gekonnt Wenn er es gekonnt hätte Na so Wie ist das Ja Guck mal Aaron Hase auch noch auf Windows 95 Wahnsinn Bert hat noch seinen DOS am Laufen Glaubst du das? Das funktioniert doch Es funktioniert doch Ja Es funktioniert doch Es ist dann irgendwann so Ich habe einen Laptop Da habe ich Ähm Äh Die Adobe Programme drauf Mit denen ich immer noch arbeite So Den darf ich natürlich nicht updaten Weil Adobe hat ja umgestellt Auf so eine Auf so eine Auf so ein Mietding Auf so ein Online Man muss online Man muss online praktisch arbeiten Man muss so ein So ein Mietding abschließen Wie heißt das? Flatrate Nee wie heißt das denn? Ein Vertrag Wie heißt das denn? Nicht mieten Sondern Wie heißt das denn? Liesen Liesen Nee auch nicht Wer ist das denn? Mein Gott Clown Eine Cloud Eine Cloud Das ist Cloud basiert Adobe ist jetzt Cloud basiert Und das ist total scheiße Weil die haben einen nämlich In der Hand Dann sagen die auf einmal So die Die Schriftarten Die funktionieren einfach nicht mehr Muss man auch alles kaufen Die haben einen Am Arsch Wie die jungen Leute Wie die jungen Leute sagen So Und da mache ich nicht mit Und deswegen habe ich noch Einen alten Computer Wo halt diese Programme Wo ich die gekauft habe So Und den kann ich aber Mein Gott Den kann ich aber nicht mehr Darf ich aber nicht mehr updaten Weil sonst die Programme Nicht mehr laufen Weil die gehen nämlich Dann funktionieren Dann nicht mehr So Jetzt krebel ich da In dem Safari Browser Vollkommen veraltet Im Internet rum Und Bestimmte Seiten Werden gar nicht mehr angezeigt PayPal kann ich gar nicht mehr abschließen Und so Die ganze Scheiße kann ich nicht mehr machen Und jetzt muss ich immer ausweichen Auf so einem anderen Computer Und ich glaube Das haben die wirklich Ich glaube Das ist ein Ich glaube Ich würde da gerne mal In so einer Konferenz dabei sein Bei Apple Die sagen nämlich ja Wie machen wir das denn jetzt Dass die ganzen Leute Ein neues Gerät kaufen müssen So Dass sie irgendwann gezwungen sind Ein neues Gerät zu kaufen Wir machen das einfach so Dass das ganze Internet Nicht mehr funktioniert Wir machen die einfach Mürbe die Leute So wir Ich versuche immer Durchzuhalten Und dann Es geht nicht Man kann Bei Apple kann man nicht durchhalten Weil man nämlich Mürbe wird Die machen einen Mürbe Ne also Da ist schon was dran Also woran ich nicht glaube Ich persönlich glaube da nicht dran An diese eingebaute Wie heißt denn das nochmal Trans Wie hieß denn das nochmal Eren Hase Helft mir Irgendwas mit trans Irgendwas mit trans Eingebaute Velulis Wie hieß denn das Wort nochmal Velulis Velulis Eingebaute Velulis Nicht 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 Rekonvaleszent Nicht effizient Eingebaute Also dass die Geräte Dass die Geräte einfach kaputt gehen Nach einer gewissen Zeit Tiramisu Er in Hase schreibt Tiramisu Nein Daran glaube ich nicht Also dass das in Geräten quasi Schon so ein Ding eingebaut ist Obsoleszenz Vollkommen richtig Obsoleszenz Obsoleszenz Da gibt es natürlich hier Hör mal Da gibt es Einen riesen Applaus Also da ist So Also ich glaube persönlich Nicht an diese eingebaute Obsoleszenz Bei irgendwelchen Küchenmixern Und so Da glaube ich persönlich Nicht dran Aber Entschuldigung Was ist das jetzt Diese Obsoleszenz Mensch Das ab Werk schon Die Ingenieure Irgendwas einbauen Dass der Küchenmixer Was weiß ich Zum Beispiel Nach drei Jahren kaputt geht Ach so An solche Sachen glaube ich Nicht so Aber Das natürlich Apple oder Adobe Und so Dass die dich halt In ihre In ihr digitales Ökosystem reinziehen wollen Dass du da nie wieder raus kannst Auch wenn du einmal iTunes Kunde bist Und so Oder alles mit Mit dem iPhone verknüpft hast Das ist halt ja Das ist natürlich Strategie Das ist natürlich gewollt Klar Und Ich muss sagen Apple Music zum Beispiel Wurde mir auch Wahnsinnig aufgedrängt Und ich musste da Wirklich mich ein Jahr lang Gegen wehren Dass ich nicht ständig Bei der Benutzeroberfläche Vom Music Player Irgendwie in Apple Music Gelandet bin Ich hab doch meine eigene Musik Auf meinem eigenen Gerät Was zwingen die mich In Apple Music rein Und das ist natürlich Also ich Ich meine Ich kann es Ich würde es genauso machen Wenn ich da arbeiten würde Würde ich mir solche Sachen Auch ausdenken Das ist ja klar Aber es ist schon Ich glaube für unsere Generation auch Gut du bist natürlich 20 Jahre jünger als ich Aber ich glaube so Für unsere Generation Es ist auch schwierig So von diesem Internet Abschied zu nehmen Wie wir es so kennen Da ist so ein Browser Und da macht man so Sachen drin Und man hat so seine Programme installiert Und klar muss man die mal updaten Aber natürlich Das hat angefangen mit den Tablets Dass man diese ganzen Apps nur noch hatte Und die funktionieren ja ein bisschen anders Als diese offene Software und so Die man sich einfach überall drauf Installieren kann Die muss ja immer darauf angewiesen sein Dass es die auch im App Store gibt Oder bei Google Play und überall und so Du bist ja Das ist ja weniger dein Produkt Das ist wie du sagst Alles nur noch so Geliehen und geliest Und in der Cloud und so Und das ist schon eine wahnsinnige Umstellung Du drehst Du kriegst den Geist Nicht wieder in die Flasche Die Cloud hat sich durchgesetzt Dies, das, bla bla Aber das ist schon irgendwie Ein anderes Gefühl Ins Internet zu gehen Mhm Mhm Wenn die dir so Sachen vorschreiben Und so Und automatische Updates Und du kannst die gar nicht mehr wehren Es gibt ja gute Gründe Warum man Sachen auch In der eigenen Hand mal behalten will Mhm Ja Jetzt könnte man natürlich sagen Ja, man hat früher einen CD-Player gehabt Und CDs und so Ja Ich will da gar nicht Ich will da Davon So will ich gar nicht anfangen Jetzt zu sagen Man hat ja früher noch alles Aha Ich glaub dann wird man so richtig alt Wenn man sowas sagt Aber ist irgendwie auch so Aber ich meine Naja Also ich meine grundsätzlich Früher war bestimmt nicht alles besser Aber wir haben schon mal Im Carlos-Stream auch darüber gesprochen Dass natürlich Wenn du so eine Platte anpackst Und die ist ja auch groß Die nimmt ja einen gewissen Raum ein Und dann klappst du die so auf Und dann ist da ein Innenleben Und tolle Booklets und so Natürlich war das eine andere Nummer Als sich irgendwo auf TikTok Den neuesten Hit rein zu pfeifen Mal eben schnell Das ist doch klar Dass das was Haptisches war Das hat nach was gerochen Das hat sich angefühlt und so Ich meine Also Klar Hat er auch so seine Momente Warum auch nicht, ja 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 Hier, da werden nur lustige Witze gemacht Was über dich, ne Hallo Vereine Du sollst Du sollst deine Deine Brillenschrauben Anziehen Aber dann ist der Gag weg Das ist doch hier Das ist doch ein Gag-Stream Das ist ein Gag-Stream Da können wir nicht Aber die Brillenschrauben anziehen Ach du liebe Zeit Das ist ja alles Das können wir gleich ausmachen Mann Ja Dann machen wir das auch noch Demnächst so Dass die ganze Technik Nicht mehr spinnt Ne Das ist alles Das ist alles Das ist alles Dann machen wir gar nichts mehr Wenn wir uns nicht mehr Über die Technik aufreden können Deril Schwabbel Guten Abend Schön, dass du da bist Tag Schwabbel Sind die Schrauben An der Brille locker Fällt der Plücke Glatt vom Hocker Vom Stängel Vom Stängel Wer hier aufpasst Weiß Der Plücke fällt vom Stängel Ja, genau Wer hat du frecher Bänge Aber irgendwas war dann Mit Tiramisu Genau Ich schwör lieber Auf Tiramisu Die machen immer Was sie wollen Schreibt er Ein Hase Transaminasen Geht das schon Richtung Citratzyklus Oder ist das Eine andere Baustelle Hier Die Die ist es Die Die ist es Ja, ich hab Ich weiß nicht Ob das immer noch so ist Ich hab irgendwann mal Lieder gekauft Bei iTunes Mit einem anderen Account Und ich kann diese Lieder Nicht mehr Ne, ich hab sie Geschenke gekriegt Ich hab sie Geschenke gekriegt Und ich konnte Ich kann sie bis heute Nicht mehr öffnen Und es nervt mich total Das Game over Ja Game over Aber ist das immer noch so Bei Apple Dass du praktisch Bei Apple bleiben musst Oder könntest du die Auf dem Windows Auch abspielen Ja, du kannst dir Ja iTunes holen Für Windows Das ist ja kein Problem Aber man muss schon iTunes haben Man kann jetzt nicht Die MP3 runterziehen Und die in Quicktime laden Oder so Also da gab es mal Eine Funktion Dass man etwas In MP3s Umwandeln konnte Ob man die dann Problemlos In allen anderen Playern abspielen konnte Ist nochmal Glaub ich Ein anderes Thema Aber ich glaube Es gab mal So eine Funktion Ich weiß aber nicht Ob es die heute noch gibt Mhm Also das ist ja auch Du kannst ja auch Wenn du nicht immer In diesem iTunes System Bleibst Und diesen iTunes Strukturordner Mitnimmst Auf neue Rechner Das ist ja alles durcheinander Du kriegst das nie wieder Richtig geordnet Du musst auch immer Das ja mit deiner i Wie heißt es iCloud Sag doch mal Apple ID Du musst das ja auch Verifizieren Dass du das dann bist Und so und so Auf so und so vielen Geräten Und so Aber man Man schimpft Da drüber Eigentlich Schade Dass man diese Ideen nicht selber Gehabt hat Dann hätte man Jetzt alle Die ganze Menschheit In irgendwelchen Digitalen Ökosystemen Versklavt Und würde schön Ne Ja Sag ich mal Drei Euro mehr Auf dem Konto haben Man schimpft immer Weil einem die Scheiße Selber nicht eingefallen ist So Ja Aber Ich meine Wir driften jetzt ab Aber ich würde es gerne Trotzdem nochmal wissen In so Boomer Talk Ja genau Weil es wird noch schlimmer Jetzt Was ich noch sagen wollte Ist Ich kenne die Zeit Ich war Ich habe ein ganz Ich habe ein Erlebnis Gehabt Das weiß ich jetzt Bis heute noch Ich war im Zirkus Flickflack Und da wurde Ein Lied gespielt Mehrmals Das führte durchs Programm Walk This Way Von Run DMC Ja So Und Das wurde da gespielt Und ich habe das Aufgenommen Auf Kassette Genau Ich habe eine Kassettenaufnahme gehabt Eine Tonaufnahme gehabt Und ich bin dann In ein CD-Geschäft gegangen Und habe gesagt Ich möchte gerne Dieses Lied haben Und dann haben die Die Kassette genommen Sind nach hinten gegangen Haben sich zu zweit Die Kassette angehört Und haben mir dann gesagt Welches Lied das ist So Das war halt so Krass kostbar Dieses eine Lied Ich habe es nirgendwo Ich wusste nicht Wie man es rausfindet Es gab kein Internet Und so Ich wusste das nicht Und dann habe ich das Gekriegt Und dann haben die mir Also Rock This Way War eine Cover Version von einem Ursprünglichen Von einem Rock Lied Wann die MC war Haben die nämlich Gecovert Es hat irgendeine Rock Band gesungen Und dieses Lied Diese CD haben die mir Dann verkauft Und ich bin dann Nach Hause gegangen Und habe diese Völlig falsche Version gehört Diese Rock Version Von Rock This Way Und war natürlich Total enttäuscht Und bis ich dann Diese Version hatte Ich weiß gar nicht mehr Wie ich das gefunden habe Also vergingen wirklich Mehrere Wochen Und dieses Lied War so kostbar für mich Weil ich dieses eine Lied Habe, diese ganze CD Habe ich nie gehört War mir scheißegal Aber dieses eine Lied War so kostbar für mich Und heutzutage Ich vermisse schon Manchmal diese Momente Auch dass man Dass man dann In CD-Geschäft geht Und ich weiß noch ganz genau Von Tom Jones Not Unusual Unusual hieß das Lied Glaube ich Das wollte ich unbedingt haben Und ich habe das dann Auf so einer Best-of-Version gefunden Ganz furchtbare CD Ganz schreckliche Lieder waren da drauf Ich habe die nie gehört Nur dieses eine Lied Und ich habe das Rauf und runter gehört Und es war wahnsinnig kostbar Und so magisch Dieses eine Lied Und heutzutage Ich weiß nicht Du hast es dann Nicht so krass wie ich Wenn ich bei Spotify bin Kann ich alle Lieder hören Die ich will Und es hat schon so Es gibt Momente Wo ich so berührt bin Von einigen Songs Die ich dann mehrmals höre Weil die mich wirklich So mitnehmen auch Aber oft ist es so Dass ich Lieder höre Die ich ganz gut finde Die dann aber so runterrutschen In dieser Fülle Gar nicht mehr so beachtet werden Wie ist das bei dir? Ja das ist halt so eine Sache Also ich glaube Ich bin ein bisschen komisch Mit Musik Ich höre Recht wenig Musik Ich höre eigentlich Fast gar keine Musik Weil Musik ist ja so Du kannst dir auch Die Ohren nicht zumachen Musik hat ja immer So ein Potenzial Dich von jetzt auf Gleich wahnsinnig Zu emotionalisieren Und da habe ich Keine Lust drauf Also mich da immer So mitnehmen zu lassen Weil ich dafür glaube ich Auch empfänglich bin Und Ich bin wofür empfänglich? Ja das Musik Emotionalisiert einen Achso ja So stark In die eine oder andere Richtung Und ich bin dafür glaube ich Recht empfänglich Und instinktiv höre ich glaube ich Relativ wenig Musik Ja dass ich wirklich sage Jetzt höre ich Musik Wenn ich zum Beispiel Raus auf die Straße gehe Habe ich ja auch keine In der Regel Keine Ohrstöpsel drin Weil ich gerne so die Geräusche der Straße höre Und so Und Ich muss sagen Deswegen kann mir das glaube ich Gar nicht so Passieren Dass ich mir sowas überhöre Oder Dass das so 0815 Für mich wird So schnell Ich kann es gar nicht Ich kann es gar nicht so beschreiben Ich frage mich manchmal selber Warum das so ist Weil Für viele Leute spielt Musik Eine wahnsinnig wichtige Rolle In ihrem Leben Für mich auch Irgendwie Aber irgendwie Ich weiß nicht Ich mache mir Musik Nicht so an Oder ich brauche nicht immer So Hintergrundgeräusche Und Vielleicht möchte ich auch Instinktiv Dass sich manche Dinge Gar nicht so abnutzen Und so Ich bin mir nicht ganz sicher Ja ich kenne das Ich kenne das von Liedern Die ich dann Weil sie mich halt so berühren Oft höre Und dann verliert Das so an Besonderheit Also es verliert nicht ganz Aber es verliert diesen Geflashten Moment Wo man so Achso das Wenn du das meinst Ja Ja das ist sowieso Das ist ja Das ist wirklich Was was ich ganz schlimm finde An Netflix An diesen ganzen On Demand Geschichten Musik On Demand Filme Streams On Demand Und so Das ich Ich meine Leute Ich habe das schon so oft erzählt Euch fallen wahrscheinlich Schon die Ohren ab Das Beste ist einfach Wenn du Auto fährst Radio an hast Und da kommt irgendein Song Den du schon vergessen hattest Den du dir aber auch Vielleicht nie anmachen würdest Und dann kommt der einfach In so einem Moment Und der ist einfach da Und der nimmt so einen Raum ein Und das wird ganz anders Als wenn du dir das selber Angemacht Und rausgesucht Und in deiner Oder in deiner Netflix Mediathek Dir irgendwas Zusammenkuratiert hast Oder so Ja Und das ist einfach Was ganz anderes Oder du willst schon Ins Bett gehen Auf den Freitagabend Es ist halb eins Und dann kommt irgendein Film Von Dreisat Und du denkst Genau Den Schinken ziehe ich mir Jetzt bis 4 Uhr morgens rein Wie geil ist das Und das Das ist einfach Das sind so Dadurch entstehen ja auch Momente Die du vielleicht auch Mit dir selber hast Die man einfach nicht erzeugen kann Wenn man sich irgendwie Eine Playlist zusammenstellen kann Das hat dann alles Vor und Nachteile Licht und Schatten Für und Wider Ist mir klar Das ist ganz toll Dass wir das alles heute So zur Hand haben Die ganze Musik der Welt Schleppst du jederzeit Über Spotify Auf deinem Handy mit dir rum Alles gut und schön Aber wir kennen es ja auch Wahrscheinlich alle Wie man von Netflix sitzt Und sich zwei Stunden lang Gar nicht entscheiden kann Was man jetzt gucken will Also dieses Durch diese Vorschau surfen Und dann ins Bett gehen Das hatten Frau Kahlo und ich Also Also Ich kann es an einer Hand Nicht mehr abzählen Es waren sehr traurige Abende Ja Deswegen Stunden Stunden Hatte nicht Netflix Sogar zwischenzeitlich Diese Funktion Zufällig Ja Oder ist es wieder abgeschafft Ja 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 Aber da ist ja auch Da ist ja auch Dann zufällig Und dann weiß man aber Ganz genau Ja Zufällig was aus Es gibt ganz Ganz viele andere Sachen Die noch besser sind So Das ist ja das Ich glaube das ist das Schlimme Dass wenn ich selbst Wenn ich eine Serie sehe Und ich mache dann die Folge an Dann denke ich mir Oh ganz gut So Früher hätte ich die dann Wahrscheinlich geguckt Heute denke ich mir Ja ganz gut Aber es könnte ja noch Was Besseres geben So Mit Weihnachtsfilmen genauso Ich weiß noch ganz genau Vor ein paar Jahren War das noch nicht so Vor ein paar Jahren Fing die Weihnachtszeit an Und ich hatte Amazon Prime Und vielleicht sogar Netflix schon Und es gab irgendwie Nur 5, 6, 7 Weihnachtsfilme Und man Die waren alle ganz schlecht Ganz grottig schlecht Es war immer so ein Prinzip Die Businessfrau Die ihr Herz irgendwie Verloren hat Und so Die abgebrühte Businessfrau Entdeckt dann Weihnachten Wieder verliebt sich In einen Mann Und dann Wird sie weich Und so Immer diese 0 aus 15 Sachen Und die habe ich mir Dann wirklich angeguckt Weil das halt Die einzigen Weihnachtsfilme waren Und heute Kann man wirklich Durch Netflix scrollen Bis der Arzt kommt Es gibt tausend Tausend Filme Die alle gleich sind Aber man kann sich Halt nicht entscheiden Ja Also Es ist wirklich Es gehen einfach Momente irgendwie Verloren Oder Ich meine Man kriegt auch viel anderes Dafür und so Aber das ist wirklich Was du auch eben Gesagt hast Von wegen Man guckt was Was eigentlich ganz toll ist Und im selben Moment Denkt man schon Da ist noch was tolleres Wir hatten erst Gestern Oder in der letzten Woche Im Stream Auf dem Carlo-Kanal Paul Watzlawick Anleitung zum Unglücklich sein Das ist ja Dieses ständige Sich vergleichen Ständig zu denken Ach da könnte auch noch Was besseres sein Manche sagen es ja auch Von diesem ganzen Tinder-Geschichten Man datet jemanden Und im selben Moment Denkt man Ach da könnte auch noch Jemand besseres Auf Tinder jetzt wieder sein Und so Das sind ja Das sind ja ganz reale Ja Probleme Oder das sind ja Ganz reale Umstände In denen die Leute leben Und so wird man Garantiert unglücklich Dass man auch immer denkt Da könnte jetzt noch Was besseres sein Aber das ist auch Wir haben alle diese Multioptionsgesellschaft Es ist wirklich Es ist irgendwie Wir leben in einer Unglaublichen Zeit Aber man muss auch Irgendwie Einen Umgang damit finden Es ist wirklich Nicht so einfach Naja Es ist ja auch Wirklich eine komplizierte Zeit Weil Die Menschen Die jetzt jung sind Die jetzt wirklich 15 sind Oder so Keine Ahnung Die werden von Menschen Erzogen Die werden von Menschen erzogen Die das Internet Dann noch nicht ganz Vollständig im Leben Hatten Die ja auch Sich irgendwie Reinfinden mussten So Ich glaube Dass diese Generation Die jetzt aufwächst Mit dem Internet Irgendwie durch eigene Fehler und Probleme Irgendwie lernt Mit dem Internet umzugehen Und vielleicht in der Generation da drauf Das irgendwie Wiedergeben kann Und die vernünftig Erziehen kann So Ich meine Wir sprechen ja auch Oft über Streams Und wie sich Einige Chatter so In anderen Streams verhalten Ich glaube auch Das ist so eine Sache Die Man muss erstmal lernen Mit der Öffentlichkeit Klar zu kommen Mit dem Internet Klar zu kommen Mit der heutigen Welt Klar zu kommen Weil man das nie Von Leuten gelernt hat Die halt wissen Wie es geht Ich glaube Das ist einfach Eine doofe Zeit Und ich glaube auch In ein paar Jahren Lachen wir drüber Über Über Den jetzigen Umgang Mit dem Internet Auch Mit diesem Schnelllebigen Und so Und man denkt sich Wahrscheinlich dann auch Wie hat man das denn Jetzt überstanden Oder wie dämlich War das denn jetzt Wie ist man da umgegangen Ich glaube Das wird sich irgendwann So wie Ich habe neulich Eine CD gehört Eine Bravo CD Aus meiner Kindheit Als ich angefangen habe So Da habe ich mir vorgenommen Mal so Musik zu hören So moderne Musik Und da habe ich mir Eine Bravo Hits gekauft Und das war so Techno Das war 90er So Blümchen Bicycle Race Und so Und das war Eine ganz ganz komische Das habe ich damals Schon so empfunden Eine ganz ganz komische Techno Zeit So So ein Übergang Man hat das noch nicht Man hat gemerkt Es kam was Neues Aber die haben das Erst ausgetestet Und es ist noch nicht So reif Praktisch Wie so ein Entwurf Den man macht Und da ist noch nicht Der Funke übergesprungen Der muss erst ausgearbeitet werden Und in dieser Zeit Das war eine ganz komische Musik Und ich glaube Das ist auch jetzt So eine Zeit Mit dem Internet Klar zu kommen So wie diese Musik Früher war So ein Übergang Neue Herausforderungen Ja Wobei Jetzt gibt es ja schon Eine Generation Die mit diesem ganzen Kram Ganz flüssig Und Und ganz natürlich Groß wird Und die darf Ganz früh rankommen Wir sind ja mehr So diese Zwischengeneration Die noch eine Bibliothek kennen Und so Wo man hinterher Nur noch In der Wikipedia Gelesen hat Und so Aber Ja ich glaube Was du sagst Wir werden später lachen Ja ich glaube Wir werden schon deshalb Später lachen Weil ich meine Die Google Glasses Die waren ja quasi 30 Jahre vor ihrer Zeit Es wird ja gar nicht mehr So was geben Wie komm Ich gehe jetzt mal ins Internet Ich gehe jetzt mal online Ich mache jetzt mein Tablet an Sondern das Internet Ist einfach Ist einfach immer da Ist einfach immer da Du hast irgendeine Google So ein Kriegst irgendwas In so ein Glas rein Projiziert Oder keine Ahnung Oder dieser Neurochip Den Elon Musk Da irgendwie realisieren will Das wird sich gar nicht mehr Voneinander trennen lassen Eben Es ist ja nicht mal das Internet Es ist ja irgendwie das Leben Ja also irgendwie Auch was Was wir heute noch so diskutieren Von wegen Zum Energiesparen Kann man nachts auch mal Den Router Oder die Fritzbox ausmachen Es ist ja Das ist natürlich Ja das kann man jetzt Irgendwie so noch sagen Ähm Aber das ist natürlich Glaube ich schon In wenigen Jahren Ähm Falls es dann überhaupt Noch sowas wie WLAN gibt Oder wenn dann Läuft dann wahrscheinlich Doch vielleicht alles Über 5G oder so Ja ob du das vielleicht Ob du das überhaupt noch Brauchst zu Hause In der Form Weiß man ja auch nicht Ne Ja also das ist einfach Äh und wir werden es noch erleben Wenn wir gesund bleiben Ähm Wir werden uns die Augen reiben Also wir werden diesen Stream In 10 Jahren nochmal gucken Und wir werden denken Meine Güte Was jetzt passiert Mhm Ja Aber ich meine du sagst Äh die 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 Generation Die jetzt jung ist Die hat da schon Die ist nicht reingewachsen Aber ich glaube Dass das auch das Problem ist Dass die nicht da Dass die einfach Dass die Dass die erste Generation Die wirklich so Mit dem Internet umgeht Äh und ich 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 denke ganz oft Ich möchte jetzt nicht 15 sein Ich möchte jetzt nicht In diese Welt Alles ist möglich Und äh Also auch dieser Dieser Ich meine das hängt einem ja auch Zum Hals raus Die Diskussion Man wird unglücklich Weil man sich immer vergleicht Mit anderen Weil man immer Von schönen Leuten umgeben ist Aber es ist ja glaube ich Auch wirklich so Und ähm Da das ja alle Irgendwie mitmachen Wir kennen ja wenigstens Noch so ein früher So Aber ich glaube Ich möchte jetzt nicht jung sein Was das Internet betrifft Du? Äh ja ich möchte Auf der einen Seite ja Weil Es ist einfach Die Leute haben schon Einen bestimmten Spirit Und so eine Natürlichkeit Mit diesen ganzen Möglichkeiten Die jetzt da sind So einen natürlichen Umgang Habe ich das Gefühl Das finde ich schon faszinierend Auf der anderen Seite Natürlich Möchte ich nicht Äh Dass ich per WhatsApp Auf dem Schulhof Äh Von allen durchbewertet werde Mein Kopf Äh Auf dem nackten Körper Montiert wird Äh Also das 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 sind ja Diese Geschichten Ähm Das ist schon Das ist schon krass Ähm Wenn man dich da Durch den Mangel dreht Äh Es ist schon Das ist ja so Alles was im echten Leben Schon da ist Ob das Mobbing ist Äh Hass ist Keine Ahnung Das ist ja einfach Im Internet Geht das nochmal Wie durch so ein Turbo Es ist alles noch Zehnmal Verstärkt sich das Wie das dann viral geht In der ganzen Stadt Und so Irgendeine Geschichte Also Insofern möchte ich Nicht jung sein Ähm Auf der anderen Seite Ich sehe auch Einen gewissen Spirit Den Den viele junge Leute Haben Mit Twitch Mit den sozialen Medien Und so Und wie die das benutzen Und wie 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 Ja Wie die alles Miteinander verzahnen Das finde ich schon Auch bemerkenswert Also Wir haben natürlich So unsere Brille auf Das wir damals noch In der Bibliothek Gesessen haben Aber Ähm Es ist einfach anders Es ist gar nicht Schlechter Ich glaube nicht Dass es schlechter Oder besser ist Als für uns 80er Jahre Geborene Es ist einfach anders Es ist einfach immer Nur anders Ja 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 Also du kannst ja Genauso gut sagen Aber zum Glück Hab ich noch Bin Hab ich noch Eine Jugend gehabt Ohne Fernsehen Und das Fernsehen Kam erst In den 20ern In meinem Leben Kannst ja genauso sagen Ne Also Ich weiß nicht Also natürlich Ja Irgendwie denkt man so Ach Die müssten doch alle Ein bisschen anders Und und Undigitaler Sozialisiert werden Und so Und auf der anderen Seite Nein Also ich glaube Viele Eltern Haben ja so Diese Philosophie Das Kind Kriegt erst mit 18 Ein Smartphone In die Hand Oder Oder mit 18 Ein Tablet In die Hand Ich glaube Das ist auch nichts Wir leben einfach In so einer Zeit Es gibt diese Medien Und es ist besser Wenn du da Glaub ich Frühen Umgang Mit findest Weil dann Dann sagst du vielleicht Tablet ist langweilig Smartphone ist heute langweilig So wie wir vielleicht Auch mal sagen Fernsehen ist jetzt Heute langweilig Ja Weil wir es alles Gehabt haben Als Fernsehkinder Bei der 80er Ich glaube Da so spät einzusteigen Dann in solche In solche Unglaublich Lebensverändernden Technologien Erst mit 18 Oder so Da liegt doch auch Kein Segen drauf Also das sehe ich Irgendwie auch nicht Also das finde ich Auch ganz Ich möchte nicht sagen Dass es jetzt Nicht gut ist Wie es jetzt Also diese Möglichkeiten Und die Technik Und so Das ist ja Absurd Aber Ich Was ich nur sagen wollte Ist Dass einfach die Die Menschen Damit umgehen lernen müssen Auch mit dieser Öffentlichkeit So Was gebe ich preis Wie verhalte ich mich Überhaupt in der Öffentlichkeit Also was schreibe ich In den Chat rein Wie weit geht das Wie So Diese ganzen Sachen Also wie geht man Grundsätzlich mit der Öffentlichkeit um Und mit sich selbst Auch in der Öffentlichkeit Das ist eine Sache Die halt Weil die ja damit Aufgewachsen sind Weil es selbstverständlich ist Für uns ist es vielleicht Noch im besten Falle So ein bisschen Respekt einflößend Aber da die damit Aufgewachsen sind Und es keiner denen Richtig sagen kann Durch eigene Erfahrungen Ich glaube das ist einfach Das gefährliche Und das wird sich aber Dann ja auch wahrscheinlich In ein paar Generationen Dann wieder einspielen Weil dann die Leute Das gelernt haben Ja aber ich sehe das gar nicht Dass die da jemand Ranführen muss Das ist ja auch viel Learning by doing Und wenn du 15, 20 Jahre alt bist Gibt es auch genug Leute Die schnell lernen Da machen ja auch nicht immer Alle den gleichen Fehler Zehnmal und so Also ich weiß nicht Es ist irgendwie Ich sehe es nicht so Dass man die jetzt alle Erstmal in Watte packen muss Und dann führt man die da ran Aber es ist natürlich Ein ganz anderes Leben Eine ganz andere Medienwahrnehmung Eine ganz andere Wahrnehmung Von verschiedenen Geschwindigkeiten Realitäten Wahrheiten Bubbles und so Man kann ja jetzt schon Gar nicht mehr sagen Es gibt jetzt so einen Ein Hit Es gibt jetzt so einen Hit Mensch was hatten wir Sommerhits Was wurden die Sommerhits Durchs Fernsehen und durchs Radio geprügelt Und über den MP3-Player Und jeder wusste Das ist der Sommerhit Heute gibt es wahrscheinlich In 10.000 verschiedenen Bubbles 20.000 verschiedene Wahrnehmungen Was jetzt irgendwie Diesen Sommer angesagt war Oder auch nicht Und das ist schon Eine ganz andere neue Welt Die sehr komplex ist Die aber auch wahnsinnig Spannend ist Also immer wieder What a time to be alive Also das ist schon krass Das ist schon krass Aber guck mal Juli Light schreibt das Also aus meiner Perspektive Die ich so sehe Es fehlt das Verständnis Bei Jugendlichen dafür Wie ich online Anonym mit anderen umgehe Genau Ja ich verstehe das Ich fühle das tausendprozentig Und ich sage euch Ich will aber Ich will aber realistisch bleiben Ich sage euch eine Sache Anonymität Ist eine Sache Von 1995 Das können wir alle schade finden Das können wir alle schade finden Äh Und bestimmte Umgangsformen Es kommt nicht mehr zurück Es kommt glaube ich Nicht mehr zurück Wir leben in einer In einer neuen Wir leben einfach In einer neuen Zeit Und ich habe jetzt Irgendwas gelesen Irgendeine Nachricht Es ist auch nicht unwahrscheinlich Dass es in Zukunft So eine Art Personalausweispflicht Für Internetplattformen gibt Für alle möglichen Services und Dienste gibt Wir werden es erleben Es ist Es ist irre Wir können das alle irre finden Ähm Aber es ist Vorbei Es ist Wir kommen in eine andere Zeit rein Jetzt Was ist das Für ein Argument jetzt Also wofür Verstehe ich nicht Ich ver- ich- dass ich das fühle Ich- 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 ja Ich- es gibt auch Ich sorge mich auch Um bestimmte Dinge Ja Aber ich glaube Äh Bei vielen Sachen Der- 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 Der Drops ist gelutscht Irgendwie fern gelutscht Aber was für ein Drops Ja Wenn wir jetzt sagen Die Jugendlichen Denen fehlt Verständnis Und dies und das und so Man müsste sie doch ranführen Äh Äh Wie gehe ich Äh Wie gehe ich online Mit anderen Menschen um Mit 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 Anonymität um Mit Mit Klarnamen um Ähm Ich glaube Das ist einfach Ja Ich Ich hab's auch anders Kennengelernt Äh Es ist irgendwie Das sind Konzepte von 1995 Da sind wir alle Boomer So wie wir hier gerade Miteinander sitzen Äh Wir kommen in eine ganz andere Zeit Ja was heißt Wieso ist das Wenn ich mich anders kenne Ist es kein Problem Die Leute erziehen Ja doch Man muss ja erstmal Man muss ja doch irgendwie Ein Gefühl dafür kriegen Irgendwie Und wenn Wenn es Erwachsene gibt Die Kinder erziehen Die das Internet verteufeln Ich kenne immer noch Menschen Die das Internet verteufeln Als wenn das irgendwas Neues wäre Oder irgendwas Bösartiges Oder sowas Wenn die Leute dann Die Jugendlichen erziehen Dann kann doch nur Irgendwas dabei rauskommen Also kann doch nur dabei rauskommen Dass die Jugendlichen dann nicht wissen Wieso wir im Internet umgehen können Ja aber das ist wahr Das finde ich interessant Das ist Dass es ja diese Extreme gibt Also das ist ja Mehr als ein Gerücht Dass Leute die im Silicon Valley Viel Geld verdienen Und große Karriere gemacht haben Dass die ihre Kinder Ganz anders erziehen Dass die ihre Kinder Auf ganz bestimmte Schulen nur schicken Dass diese Kinder Kein Tablet in die Hand kriegen Teilweise ja Dass die sehr naturverbunden Erzogen werden Das ist Ich meine Das gibt dieses Ich glaube Wir leben einfach In so einer Zeit der Extreme Und das ist Das ist interessant Dass es Leute geben wird Die versuchen Weitestgehend offline zu leben Und es wird Leute geben Die es nicht erwarten können Sich einen Chip In den Kopf setzen zu lassen Und wir werden In eine Zeit reinkommen Da gibt es nicht mehr viel dazwischen Und das finde ich Interessant an der Sache Apropos interessant Ich muss dringend mal Piese pampeln Jetzt streame ich hier schon wieder Gleich mit dem leeren Stuhl Es ist aber auch kein Stream Wo ich nicht hier alleine sitze Ich trinke einfach so viel Der Plückebaum lebt einfach So unglaublich gesund Ja ich kann das auch mal Runterschlucken Hochziehen Das will man hier Also runterschlucken Und hochziehen gleichzeitig Das ist so mein Trick Ich kann mir ja auch Was hier hinstellen Einfach so einen Topf hinstellen Das fände ich toll Das fände ich super So einen richtig schönen Pinkeltopf So eine richtig schöne Bettpfanne Oder so eine Flasche Ja Oh Flaschen Da habe ich auch Ah da habe ich auch Am Rand der Pubertät Als ich So gerade mal so Fast pubertär wurde Da muss ich ins Krankenhaus Und da haben mir die Schwestern noch Diese Flasche Praktisch Hingelegt Plump Ja Plump Das war auch Hui jei jei Hui jei jei Gut Wollen wir nicht vertiefen Geh bitte dein Wasser wegbringen Mach bitte dein Mikro aus Nicht dass es da Perfekt Perfekt Endlich habe ich die Bühne Für mich alleine Es reicht dann auch Mein Gott der labert uns aber auch Wieder ein Schnitzel Ach du Scheiße Ach du Scheiße Der sitzt ja noch da Ne okay Also Plügebaum bringt sein Wasser weg Erstmal hallo nochmal Leute Hallo Heidexe Hallo Angolana Hallo euren Hase Hallo Jule Hallo hallo Danke fürs dabei sein Reden wir jetzt schon wieder Über Gottschalk Wenn wir nicht aufpassen Wären wir alle ein bisschen Gottschalkig Früher oder später Wir werden uns noch Wir werden uns noch Wundern So sieht das ja aus Angolana Ich finde es erschreckend Wie wenig Pädagogen Sich mit den Risiken Des Internets auskennen Ja Also es ist natürlich Ich glaube aber Es ist auch alles nicht überraschend Ich meine guck mal Wie rasant das alles war 2007 iPhone rausgekommen Die Smartphones Wurden wirklich Die Phones wurden richtig smart Diese ganzen App Ökosysteme Ganze Industrien Wurden auf den Kopf gestellt Die Reisebranche Ach komm Brauchen wir Kommen wir gar nicht Fangen wir an Kommen wir gar nicht Alles 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 die Musikindustrie Erstmal noch so richtig Durchgewirbelt und so Und das ging alles Rasend schnell Was soll jetzt So ein System sagen Wie keine Ahnung Eine Uni Wo Lehrer Studieren Oder Leute auf Lehramt Studieren Und dann später Ins Referendariat Gehen Und da Gewisse Pädagogik Techniken und so weiter Beigebracht kriegen Und da was mitnehmen Und so Wenn die Reise Und sowas Dynamisches Wie die Musikbranche Bei diesen ganzen Revolutionen Und Disruptionen Nicht hinterhergekommen ist Was soll da so ein Land Wie Deutschland sagen Mit seiner Lehrerausbildung Ich meine Ist natürlich klar Dass da vieles Nicht mehr hinterherkommt Also Dass irgendwelche 14-Jährigen Ein Fortnite-Server Aufsetzen können Aber Das E-Learning 2020 In der Realschule Nicht funktioniert hat Es ist natürlich Alles ein Witz Aber es ist auch Irgendwie gar nicht Überraschend Und ich finde es Gar nicht so erschreckend Ich finde das Irgendwie alles So sachlogisch Dass das Ein unglaubliches Hinterherhinken Hinter diesen Entwicklungen ist Ja Ich meine Der Klassiker Im Gesundheitsamt Wird noch gefaxt Äh Aber Plückebaum Ist wieder da Und Ja klar Wie soll das auch funktionieren Dass da alle jetzt Mit ihren E-Learning-Plattformen Und mit dem Sinnvollen Einsetzen Von diesen Möglichkeiten Und mit Gefahren Dies, das und so Wie soll man da Weißt du Man kommt ja Wie sollen diese Systeme Da mitkommen Hallo Plücke Wie sollen diese Ausbildungen Da mitkommen Hallo 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 Da bin ich wieder Ja hallo Ich dachte ich komme mal anders rein Und so ein Show reinkommen Verstehst du War schön War schön Ja War schön Erfolgreich Das sieht aber wirklich aus Wie eine sehr sehr beschwerliche Showtrappellie Die du da zusammen gezimmert hast Ich bin ja nicht Thomas Kotschalk Noch nicht War das denn jetzt wenigstens gut Hat dich das gelohnt Wahrscheinlich nicht Naja Gut Nö War also Worüber habt ihr geredet? Äh Wir haben über dich gelästert Achso Ja gut Und Igelkompott war der schlimmste Der hat mal richtig vom Leder gezogen Aber tut auch mal gut Einfach mal Luft Äh Einfach mal Luft Nicht Luft rauslassen Einfach mal Dampf Ab Lassen So Ist es richtig gesagt Dr. Wimmer wäre stolz auf Plücke Ach soll man oft auf Toilette gehen? Kommt man sonst in die Hölle? Na wahrscheinlich Ist wahrscheinlich auch ungesund Ich habe tatsächlich aufgeschnappt Im Sitzen pinkeln wäre ungesund Weil man sich irgendwie Die Dingsbums abklemmt Oder ist er schon wieder überholt? Weiß ich nicht Aber ich habe neulich auch gehört Dass wenn man Wenn man muss Aber nicht geht Dann ist es auch sehr ungesund Weil immer so ein Die Blase sehe ich nicht vollständig Entleert Und dann auch Dann kriegt man natürlich Blasenkrebs Ist ja klar Ist ja immer so Dreck in der Blase Ist ja immer so Dreck Du musst du durchkärchern Einmal im Monat Da ist Dreck drin Ah Ablagerung Urinstein In ne Blase Aber der Doppelmann Auch noch was da In seinen Postenmärkten Da hat er noch irgendwie So ein Puff So ein Dampfgerät Ja 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 Naja Hier das brauchst du Ja Allerdings Allerdings Von dir einmassiert Mhm Und du Du massierst es bei dir ein Und ich sitze dann daneben Auf so einem schönen Mikro Oh So eine Mikrofaserdecke Schwitzt man da nicht unglaublich drin? Ja Vor allem lädt man sich immer auf Genau Kannst du einfach Den Fernseher mit so einer Handbewegung Kannst du irgendwie ausmachen Kannst du irgendwie Wie so Wie so Thor oder Zeus Einfach ausschießen irgendwann Ja Ja Weißt du woran man Also weißt du woran man erkennt Dass alte Leute im Spiel sind Indem man nämlich zu einer Geburtstagsfeier geht 50 Jahre Sedamstraße Die ganz viele Kinder sind geladen Die können dann sowas ausmalen Zum Beispiel Samson Oder Ernie und Bert Oder sie haben auch einen Fernseher Wo sowas reinmalen können Dieser Fernseher Der halt vorgemalt ist Und dieser Fernseher Ist wirklich noch so ein alter Fernseher Der links so diese Diese Riffel hat Diese Lüftungsdinger Und ganz viele Knöpfe Rund Wenn die Wenn das da hängt Und Kinder das ausmalen müssen Dann sind die Menschen die das veranstaltet haben Definitiv alt Fiel mir gerade so ein Ja die Die älteren finden Das irgendwie Retro Die Veranstalter Und die Kinder Sagst du Die sind dann einfach nur Befremdet Wo ist denn da der Wo ist denn da der Witz Ja so So bitteschön Warte mal Warte mal Also ich merke du hast viel erlebt Du warst auf irgendwelchen Sesamstraßen Geburtstagen Also dein Leben ist ein Fest Ich merke das schon Hallo Wattenscholf Hallo 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 Wattenscholf Hallo Wattenscholf Aber wir haben über deinen Jahresstart noch gar nicht Geredet Ging es dynamisch los Für dich Hast du in deinem Stream Schon drüber geredet Nervt mich Wir entlassen was Das ist doch scheißegal Ich habe reingeschlafen Wir haben schon 40 Jahres Starze gehabt Was soll das Du Ich nicht Ja gut Du fast Aber 15 Ja 15 Ja vollkommen richtig Ich Ja ich habe reingeschlafen Reingeschlafen Bin aufgewacht Ob der Knallerei Und bin in der Knallerei Praktisch wieder eingeschlafen Praktisch Da war mein Silvester Und du Danke Schwabbel Ich danke dir sehr 20 verschenkte Subs Hi Dex So viel Spaß mit den Carlo Emotes Leute danke fürs Dabeisein Danke für euren Support Hallo Hallo Ja Plücke wieder Also dass das wirklich Mal deine Brille war Man kann sich das wirklich Gar nicht mehr vorstellen Schrecklich ne Und vor allen Dingen Dass die wirklich groß war Dass die Leute gewundert haben Weil die so krass groß waren Ja 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 Also ich finde sie jetzt Halt nicht schrecklich Aber es ist keine Plückebrille So Ne Naja Wie hast du denn Silvester verbracht Ruhig Ganz ganz Ruhig 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 Ganz ruh Ruhig 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 Also du willst nicht drüber sprechen Ganz Also was heißt Ich kann da schon Ich kann da schon Darüber sprechen So ist es ja nicht Also wir haben ja noch Ne Call-In-Show gemacht Silvester Ich wollte ja eigentlich rausgehen Street Talk machen Dann hat es geregnet Oh Gott Ja Es war halt sehr sehr Durchwachsen Sehr unbeständig Dann hat es wieder Ein bisschen geregnet Dann nicht Das war mir irgendwie Nicht geheuer Wie regnet Kauf du dir erstmal Eine vernünftige Brille Bevor du hier Das wirkt wirklich Sehr intelligent bei dir Sehr intelligent Ist das eine Mischung Aus intelligent Hör mal wenn du so Auf deiner Brille kaufst Siehst du ein bisschen aus Wie Matthew McConaughey Gesundheit Genial In einer seiner besten Rollen McConaughey Passt Großartig Ne also Also ja Also Silvester Also ja War ich noch Habe ich Call-In gemacht Wieder tolle Anruferin Anrufer gehabt War eine sehr schöne Sendung Und Ja Dann War der Vorteil davon Weil Ich hatte Silvester schon immer So Probleme Der Tag ging nicht rum Ich hatte ganz viele Silvesters Wo der Tag einfach nicht rumging Und durch diese Call-In-Show War der Tag schnell rum Das war wundervoll Wo jetzt der Tag schnell rumgeht Ja Dieses Hinwarten Auf den Abend Und auf irgendwie Dinner for one Oder irgendwie Das Essen ist Finde ich ein bisschen oll Und so Das zieht sich so ein bisschen Ne Und dann Habe ich jedenfalls Immer so empfunden Und jedenfalls Der Tag war schön schnell vorbei Und dann habe ich abends Keine Ahnung Gefühlt Ein Kilo Krabbensalat Und zwei Baguette gegessen Dann war ich fertig mit der Welt Dann hat glaube ich Nicht mal mehr Wein Richtig reingepasst Und dann Entschuldigung Was Krabbensalat Hast du gesagt Ja Gekauft Oder selber gemacht Ja also Also gekauft Also ja man kann den auch Mit Mario selber anmischen Und so Ne ne Gekauft tatsächlich Und ist das in diesem Kleinen Pöttchen Gewesen Oder ist das ein großer Pott Gewesen Also ich sag immer Oder ich hab Wenn ich erzähle Sag ich natürlich Es war gefühlt Ein Kilo Krabbensalat Das waren so verschiedene Salate Von verschiedenen Läden So Ja du willst Es ist meine ganze Ein Kilo Krabbensalat Geschichte jetzt kaputt Gut wie auch immer Jedenfalls War man dann noch Heißt ja Manufaktur Mittlerweile Und dann War ich in so einer Brotmanufaktur Darin ganz Ganz neu Schwarze Fliesen Alles total edel Und dann haben die Schwarze Baguettes Gehabt Und ich hab dann gefragt Wie werden denn diese Schwarzen Baguettes Ja das wurden Das war dann Waren dann Tintenfischtinte Die da reingemacht Wurde Tintenfischtinte Und ich denke mir Wie überflüssig Schwarze Baguettes Und Tintenfischtinte Zu verschwenden Für diese Scheiße Für diese Extravagante Kann man sich denn Als Bäcker Können sich die BäckerInnen Denn nicht irgendwie Was Besseres Einfallen lassen Als das dann So einfach zu machen Einfach ein normales Baguette Was total normal schmeckte Einfach nur mit Tintenfischtinte Zu färben Und dann zu sagen Das ist jetzt innovativ Denn so ein bisschen Ehre Muss man auch als BäckerInnen Doch auch haben Und sich da irgendwie Ein ganz tolles Rezept ausdenken Aber nicht so eine Scheiße Da hab ich mich so drüber geärgert Vor allem auch So ein Produkt Was ja eigentlich vegan ist Was auch alle möglichen Leute essen können Dann wieder so zu spezifizieren Und so Überflüssig Ressourcen zu verschwenden Und Tintenfische auszuquetschen Für diese Scheiße Entschuldigung Mein Gott Wenn du dich aufregst Das ist ja wirklich Sowas überflüssig Wenn sowas einfallslos Wenn Leute so einfallslos sind Das nervt mich Ja wieso ist denn jetzt Ein schwarzes Baguette Schon einfallslos Weil man das ganz So ein Hickleit Ein Hickleit Für die Leute Weil man sich das ganz Einfach gemacht hat Man hat gedacht Okay Was kann man denn jetzt Wahnsinnig So ein schwarzes Baguette Das wär toll Ja Dann macht man sich Ein ganz normales Baguette Was nach nichts schmeckt Und färbt das dann einfach Mit Tintenfischtinte Und verkauft es für 8,99 Euro Ja genau Genial Genial Die Bäckerei gibt's auch Zum Glück nicht mehr Ich gönn ihr das Ich hab ihr das gegönnt Ich find da Wenn man mit so einfachen Mitteln So extravaganz Vorgaukelt Find ich jetzt einfach ärgerlich Also bei dir muss natürlich Immer alles Da muss man einen wahnsinnigen Zinnober machen Damit das dann irgendwie Man kann aber mit einfachen Dingen Mal Dinge auf ein neues Level heben So jetzt aber mal So jetzt sag ich erstmal Tschüss Danke Aaron Hase Danke fürs dabei sein Kuss auf deine Nuss Oh ja tschüss Und was hier Was hier Angulana schreibt War auch so mein erster Gedanke Ich dachte man macht das Gar nicht mehr mit Tinte Von diesen Tintenfischen Ich dachte wirklich Dass man das mit dieser Aktivkohle Nur noch macht Ich dachte das gibt's gar nicht mehr Aber sitzen da nicht ständig Leute Und man kommt gar nicht an die Kohle dran Müssen die nicht von der Polizei Weggetragen werden Update für dich Das ist Braunkohle Das ist Braunkohle Michael Das war ein Witz Mach mal einmal einen Witz Ja ja ich hab auch nur einen Witz gemacht Ich weiß natürlich dass du das weißt Das war jetzt Meter 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 Du hast es nicht verstanden Zentimeter Ja 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 Nee wirklich Ich dachte das mit dieser Sepia Oder ne Ich dachte auch Ravioli Kann man ja so färben und so Und ich dachte das Das macht man gar nicht mehr Ich dachte das macht man alles nur noch Ich hab mal jemanden sagen hören Wer weiß Wie intelligent Tintenfische und Oktopusse sind Oktopussis sind Der würde nie wieder einen Tintenfisch Oder einen Oktopus essen Ach jetzt komm Oh bitte Nicht Das finde ich wieder zu anstrengend Das ist ja jetzt wieder Also erst hast du was gegen Einfachheit Dann sag ich dir was mit Intelligenz Und diese Viecher und so Und dann ist es wieder zu kompliziert Meine Güte Das ist aber auch schwierig mit dir Du lebst wirklich ein bisschen In deiner eigenen Welt Ich finde das Ich finde das so Das ist so kompliziert Die Tiere sind so intelligent Da darf man die nicht essen Ja wo hört denn das dann auf Wo macht man Also ich finde Nicht dann darf man die nicht essen Sondern wer verstanden hat Wie viel die drauf haben Der würde sie nicht mehr essen wollen Du darfst sie trotzdem essen Ja Aber wer mal im Schlachthaus war Ich glaube der isst auch Nicht Fleisch Nicht mehr so schnell So skrupellos Fleisch Wie sonst Naja Lange Lange Rede Gar kein Sinn Wir waren eigentlich bei deinem Essen Bei deinem Edelbaguette Nussbaguette Richtig Schönes Walnussbaguette war das Und das hast du dir aufgeschnitten Richtig Mit so dicken Scheiben Oder dünne Scheiben Um möglichst viel davon zu haben Ja wir machen das Manche Scheiben sind ein bisschen dicker Manche Scheiben sind ein bisschen dünner Also wir variieren Wir variieren da so ein bisschen Weil ich mag es glaube ich mehr Dass ich mir das einfach Nochmal aufreiße Bevor ich es dann esse Deswegen so ein paar dickere Scheiben Und ich glaube Frau Kahlo mag das Lieber so ein bisschen dünner Schon vorgeschnitten Die reißt sich das Brot Nicht nochmal so auseinander Da bin ich mehr so dabei Also dann macht ihr das Gar nicht Den Kramsalat drauf Sondern ihr tunkt das so ein Nein Nein Erstmal mit dem Löffel drauflöffeln Und wenn aber die Schale Quasi fast schon leer ist Dann auch durchfahren natürlich Klar 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 Und sitzt ihr dann Vorm Fernseher Oder sitzt ihr dann zu zweit Am Tisch und erzählt Führt gute Gespräche Ne Wir haben wirklich ganz Silvesterig Flodder mäßig Haben wir schön Vorm Fernseher gesessen Und uns Andrea Kiewel Andrea Kiewel Auf dem ZDF reingezogen Hinterher war mir schlecht Ich weiß nicht mehr Ob es vom Kramsalat war Oder von dieser ZDF Sendung So Hallo Christopher Hallo Christopher Ja Andrea Kiewel Die hat das moderiert Vom Tor aus Berliner Tor wieder Ja Da war jetzt wieder ein Gag von dir Ja Vom Berliner Tor Und Und Ja Sie hat es zusammen mit Johannes B. Kerner Moderiert Tippetapp Ich habe gesagt Ich habe jemanden Sagen hören Dass Wenn die Leute wüssten So und so Dann so Ich weiß es auch nicht Ob man das wirklich Dann nicht macht Dass man Wenn man weiß Wie intelligent die Viecher sind Ich habe nur jemanden Über die Cleverness von Oktopussen Reden hören Und er hat so etwas Vermutet Dass dann wirklich Kein Oktopus Mehr gegessen wird Glaube ich nicht Also ich glaube Das sind ja Nationalgerichte In Griechenland Und in Italien So ein lauwarmer Oktopussalat Ich glaube nicht Dass man das so schnell Von der Von der Bildfläche Weckriegt Oder dass das Dass es keine Delikatesse mehr ist Oder so Aber das Ganze Das ist so kompliziert Dieses Thema Habe ich ja schon mal erzählt Deswegen wollte ich ja mit dir Über Andrea Kiewel Gerade reden Und dich vom Schlachthaus Wegführen Möchte ich mal sagen Im wahrsten Sinne Das Bolzenschussgerät Praktisch wieder Vom Kopf wegreißen Wegreißen Es liegt kein Segen drauf Und so Und deswegen Zurück zu Andrea Kiewel Ja wir haben uns das Reingezogen Und es war wirklich Es war Es war wirklich Es war wirklich Wieder nicht gut Also Wer war denn da DJ Bobo Helene Fischer Ja ohne Witz Ja ohne Witz DJ Bobo war da Wirklich Ja das ist Also Der war da Der war da Hat der Singt der noch Ja Ja was heißt Wie würde Also wie würde er es eigentlich nennen Singt ein DJ Bobo Rap der Sprechgesang Weiß man da mehr Sprechgesang Alter macht wieder Musik jetzt Oder was Wer DJ Bobo Ja der war ja auch bei Böhmermann In einer Sendung Der hat ja so eine Musiksendung gemacht Ach Da war DJ Bobo auch dabei Also Ach Ich gucke Kein Fernsehen mehr Ja komm Ist auch Ist alles Boomer Kram Du guckst nur noch YouTube Eigentlich nur deswegen Sind wir ja heute auch hier zusammengekommen Was gucken wir denn heute auf YouTube Oh ja Das habe ich nicht so ganz verstanden Das musst du mir erklären Du wolltest eine Umfrage machen oder so Vollkommen richtig Leute Wir haben uns ja 2022 Wo wir hier mit diesen Plücke-Kalostreams Angefangen haben Da haben wir ja so ein Ding davon gemacht So ein bisschen auf Kontraste gesetzt Erst mal das gucken Und dann das gucken Erst mal was Fastfood gucken Und dann irgendwie Was total leckeres Und so Die sind da hin und her Dann sollte mich Plückebaum Mit Inhalten konfrontieren Ich habe Und andersrum Ich habe Plückebaum Mit Inhalten Konfrontiert Und das kann es auch immer wieder mal geben Aber heute Heute Seid ihr dran Es ist wirklich Twitchig Interaktion Dies das Ich mache gleich eine Abstimmung Und ihr könnt darüber abstimmen Was ihr Gucken möchtet heute hier Mit uns zusammen So ist der Sachverhalt Was sagst du dazu Finde ich gut Finde ich gut Wir haben ein bisschen was rausgesucht Was heißt ein bisschen Es sind zwei Videos Ich hatte auf Ich hatte auf Schnelle Hatte ich noch an ein drittes gedacht Das wurde leider mittlerweile Von YouTube runtergenommen Es war gar nichts wildes Aber da Irgendwer hat irgendwelche Rechte Geltend gemacht Da war es richtig aufgelöst Vor dem Stream Da war es richtig Da war es richtig aufgelöst Ich war richtig aufgelöst Ich war ärgerlich So ich stiele jetzt Die Umfrage ein Entertain du mal Den Chat in der Zeit Ja okay Während Carlo da tippt Mit diesem Einfingersystem Mit dem fliegenden Adler So nennt man das ja Muss ich einfach jetzt irgendwie Improvisieren Was ich natürlich sehr gut kann Ich kann ja mal ein bisschen Durch das Durch hier dieses Checker aktuell blättern Eben haben wir schon Hundedecken aus Ausgespäht Während Carlo sich den Bart Striegelt Mit so einer Striegelcreme Liege ich auf der Plastikdecke Und werde elektrolisierisiert Man kann zum Beispiel auch Was 100 Tonnen Ach guck mal hier Das könnte zum Beispiel Den Carlo Das könnte man Für den Carlo Wirklich mal kaufen Und zwar so ein Das hat ja die Merkel Ja auch probiert Und so ein Maulkorb Anzudrehen praktisch Und das könnte man Den Carlo zum Beispiel Auch kaufen Damit er nicht so viel Sammelt So Aber auch ganz gut Für den Carlo auch Wenn er zum Beispiel Jetzt ein bisschen Erschöpft ist Ist dieses Tragesystem Man bindet das Carlo Um den Bauch Und kann dann oben Anfassen Und kann Carlo so nehmen Und die Treppe hochtragen Wenn er zum Beispiel Jetzt das nicht mehr kann Oder auch runter tragen Das wäre auch ganz gut Kostet nur Ich sag's euch gleich Ich sag's euch gleich Moment Bin gleich da 32,95 Euro Hundetragegriff Namens Beppo So Klein zusammenlegbar Unterstützt ihren Hund Beim Treppensteigen Hilft im Notfall Zum Beispiel Bei einer Pfotenverletzung Ja das hat Gerade wahrscheinlich auch Da habe ich Gestern schon was erzählt In meinem Stream drüber Ich habe Festgestellt Dass meine 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 Bockermänner Die Zehennägel Meiner Bockermänner Länger sind Als der Rest Der Fußnägel Entschuldigung Aber was sind denn Bockermänner Bockermann Kennst du nicht Bockermann Was ist das denn wieder Für ein Bröckelbrock Ist der große C Ist das nicht Der Bockermann Bockermänner Das klingt eklig Ja Aber ist das nicht Generell eklig Na ich bin wieder weg Ich wollte nur mal nachfragen Nicht dass ich die Story nicht verstehe Stell euch Fragen Wenn du was zu fragen hast Klar Kannst du jederzeit fragen Auf jeden Fall habe ich festgestellt Dass meine großen Zehen Längere Fußnägel hatten Als der Rest Wie auch immer das Zustande kommt Ich habe mal gehört Dass Bei Händen Das so ist Bei Nägeln Bei Fingernägeln Dass Die Hand Die man mehr benutzt Die man mehr strapaziert Dann wachsen die Nägel Länger Äh schneller So Bei Rechtshändlern Ist es zum Beispiel so Dass die rechte Hand Logischerweise Schneller wächst Und Als die linke So Und Ich habe Dieses Prinzip Versucht Auf die Zehen Anzuwenden Aber dann müsste ich Ja mit den Bockermännern Mehr gehen Als mit dem Rest Der Füße Oder ich müsste praktisch Im Schlaf Praktisch Da war es wieder praktisch Mit den Bockermännern Mehr arbeiten Als mit dem Rest Der Füße So Und das ist noch So ein Rätsel Das muss ich mal Ähm Im Auge behalten Wie das so Weil ich habe jetzt angeglichen Also jetzt alle Können aufatmen Ich habe jetzt angeglichen Ich habe jetzt die Fußnägel angeglichen Die sind alle Auf dem gleichen Stand Ich habe die Bockermänner angeglichen Den Rest nicht Hatte auch den Vorteil Weil ich habe mir neue Socken gekauft Habe ich alles gestern schon erzählt Also alle die gestern da waren Können jetzt weghören Ähm Ich habe mir neue Socken gekauft Und ich hatte im linken Großen C Fußnagel So eine So eine Kante Und immer wenn ich Die Socken angezogen habe Haben die so Sind die so 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 gestoppt Die sind praktisch Haben da dran Der Socke Die Socke hat An diesem An diesem An dieser Kante drangehangen Und hätte ich dann Weiter gezogen Hätte die Socke Wahrscheinlich so eine Masche rausgerissen So Und Das habe ich halt auch Jetzt dieses Problem Habe ich auch nicht mehr Weil ich halt diese Fußnägel Geschnitten habe So Soweit so gut Ich werde beobachten Ihr werdet wahrscheinlich alle In einer Woche Vielleicht sogar ein Foto Geschickt bekommen Von meinen Füßen Wie das jetzt Wie das jetzt Ob die Fußnägel Ob die Die Buckermänner Wieder länger gewachsen sind Als der Rest Da also Bleibt da entspannt Da halte ich euch Auf dem Laufenden So Und gerade freut sich schon Oder Ist dir das Ist dir das Ein bisschen zu Wieder Also Ehrlich Irgendwas stimmt da nicht Wer schon so Über seine Bockermänner Und so liebevoll Über seine Fußnägel Pflege Schwadroniert Der ist mir nicht geheuer Also an dem Punkt Bist du mir nicht geheuer Okay Wenn wir jetzt mal Beim Thema sind Dann nutze ich dir Gelegenheit Und möchte dich gerne Folgende Sache fragen Fußnägel Ich habe Nie Es nie geschafft Meine Fußnägel Schön zu schneiden Die sind immer Entweder zu kurz Oder Sind da so Haken dran Oder ein bisschen Zu lang Oder krumm Wenn ich andere Füße Manchmal guckt man ja Da drauf Es ist ja nicht so Dass ich Fuß Dass man jetzt Okay Also nicht Nicht Mann Sondern ich Gucke manchmal Auf Füße drauf Unfreiwillig Und sehe dann halt immer Dass die meisten Menschen Wirklich sehr gut Sehr schön Geschnittene Fußnägel haben Was ich nie hinkriege Jetzt frage ich dich Schneidest Erstmal frage ich dich Zwei Fragen Erstmal Womit schneidest du Deine Fußnägel Und zweitens Wie bist du zufrieden Mit dem Ergebnis Deiner Fußnagelschere Schneiderei Knipser Okay Ja Mehr werden wir Über meine Füße In diesem Kanal Nicht reden Oh Da ist eine Grenze Jetzt ne Merke ich Da ist eine Grenze Hast du mir eine Grenze Gezeigt Es ist doch jetzt Sauberein Gut Erst werde ich hier 2022 Irgendwie Keine Ahnung Nach einem Kackverhalten Ausgefragt Jetzt sind die Zehennägel Was stimmt denn Nicht mit dir Was ist denn da los Ich hab das Gefühl gehabt Dass du da gerne Drüber reden wolltest Über dein Kackverhalten Du Du Ich 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 biete dir hier Irgendwie Ein Stream Event Darmspiegelung Bei 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 Plückebaum Da wird die Nase Gerümpft Wird schnell das Thema Gewechselt Jetzt sind wir hier Wieder lang und breit Bei irgendwelchen Fußnägel Äh Also Also Konturen Hör auf Ach so Prüder Ja ja Ist alles klar Ist alles klar Ist alles klar Also Leute Macht euch keine Sorgen Um 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 Plückes Fußnägel Er wird euch Ein Beweisbild Schicken Dass er es noch Hingekriegt hat Mit seinen Böckel Bockern Ist ja ekelhaft Aber der Chat ist Das ist Das ist Ganz interessant Ähm Hier Heidexa sagt Fußnägel müssen auch Gefeilt werden Also ich feile meine Meine Nägel Sowieso grundsätzlich nicht Komm hör auf Man kann es auch Übertreiben mit der ganzen Scheiße Und dann wächst einem die Kacke Erst ein Ne Also da bin ich Wirklich Kiepe Zimpel Ne Ich hab mal gehört Dass manche Leute Sich die Nägel Gar nicht schneiden Sondern grundsätzlich Feilen Kurzfeilen Da hat die Gar keine Zeit zu Einen halben Samstag Bist du damit beschäftigt Dir die Zähne zu putzen Und die Zahnzwischenräume Zu zu feudeln Und einen anderen Halben Samstag Bist du damit beschäftigt Dir deine Fußnägel runter zu feilen Also irgendwo Ist auch mal gut Irgendwo ist auch mal gut Ja Aber Herr Blei Ist auch ein bisschen entsetzt Aha Carlo feilt Seine Fußnägel Also nicht nach Offenbar ist das Gang und Gebe Dass man seine Fußnägel Nachfeilt Was führt ihnen Für ein Leben Frag ich mal Was ist das für ein Leben Fußnägel Nachfeilen Also da gucke ich lieber In zwei Stunden Bei Netflix Guck mal Tippe Tapp Feilt auch nur Die Fingernägel Siehste Ich bin gar nicht So unnormal So Und sicher hat der Tim auch Tippe Tapp und Carlo Bei der Geburt getrennt So sieht es nämlich aus Hallo Krümelkandes Hallo, hallo, hallo Ja Plückebaum Warum nicht meine Pediküre leisten Das machen ja viele Leute Pediküre, Maniküre Wäre das was für dich? Ich muss nachdenken Ja, kommt drauf an Wer es macht Wer soll das nicht machen? Das kann ich gar nicht so sagen Aber da muss einfach So wie ich Füße von Menschen Die ich sympathisch finde Ganz okay finde Das dürfte dann auch nur jemand machen Der irgendwie Keine Ahnung Der dann einen coolen Umgang Mit mir hat Der da irgendwie Weißt du? Zum Beispiel Eine Käppi trägt Oder was? Eine coole Käppi trägt Zum Beispiel Für mich wäre das wahnsinnig gut Wenn ich zur Maniküre gehen würde Dann hätte ich wesentlich weniger Probleme Mit meinen Fingern Und mit Rumknabbern Und eingerissener Nagelhaut Und so Also es Grundsätzlich muss ich sagen Ich sehe mich da so ein bisschen Nicht jetzt gleich morgen Aber perspektivisch glaube ich Irgendwie könnte das was für mich sein Weil Viele Leute mögen das ja zum Beispiel Gar nicht so eine Kopfmassage Beim Friseur und so Da stehe ich ja ein bisschen drauf Also ich sage jetzt nicht Ich möchte hier eine Kopfmassage Aber manche machen das ja einfach so ein bisschen Da bin ich natürlich dabei Deswegen Was Krümel Kantes hier schreibt Könnte sein Dass Pediküre durchaus was für mich ist Mhm Mhm Tja Also ich Meine Füße Du warst ja immer so gefragt So indiskret gefragt Aber ich beantworte dir das gerne Weil ich ein offener Mensch bin Meine Füße Ich habe kein Problem mit meinen Füßen Ich habe keine Hornhaut Ich habe keine eingerissene Nägel Ich habe Keine trockenen Keine nässene Füße Nichts Also meine Füße sind wirklich Ich habe keine Hornhaut Komischerweise Ich weiß nicht warum Aber ich wüsste gar nicht Weil du nur auf deinem Arsch sitzt Und nicht rausgehst wahrscheinlich Genau Aber ganz ehrlich Ich wüsste nicht Dass ich dich zu deinen Füßen Irgendwas gefragt hätte Weder diskret Noch indiskret Das kann ich so nicht stehen lassen Ich sage es wie es ist Also das muss ich einfach Für die Ewigkeit hier einmal festgehalten haben Also das hier Dass ich auch Also es ist Hier werden einem Dinge reingerieben Also es Ja Ja Nein Aber ich finde grundsätzlich Sachen Die andere machen müssen Also auch Ich habe ja Verspannungen Ich habe ja chronische Verspannungen Ich habe ja auch so ein Gesundheitskissen Ohne das Gesundheitskissen kann ich nicht schlafen Wenn ich irgendwo anders übernachte Und mein Gesundheitskissen vergesse Habe ich eine absolute Horrornacht Ich habe so unglaubliche Schmerzen Im Kopf Und wache auf Und habe so krasse Kopfschmerzen Und winde mich Weil ich so große Schmerzen habe Die auch nicht weggehen So schnell Und kriege dann Übelkeit Wegen der Schmerzen Also es ist keine Migräne Sondern Übelkeit Die durch die Schmerzen ausgelöst werden Und ich winde mich in ein Bett Bis ich dann irgendwann mich ergebe Und sage okay Dann schlafe ich ohne Kopf Um ein Kopfkissen Weil ich habe mal gehört Dass wenn man ohne Kopfkissen Ist sowieso die beste Art zu schlafen Weil da nämlich die Wirbelsäule Komplett gerade ist Egal was man für ein Kopfkissen hat Ohne Kopfkissen Ist halt die Wirbelsäule Komplett gerade Also wenn man natürlich Auf dem Rücken liegt Und das entlastet praktisch Die ganze Wirbelsäule Mega unbequem Mega unbefriedigend Schreckliche Nächte Aber dann wache ich morgens Mit weniger Kopfschmerz auf Was ganz gut ist Und man sagt mir immer Ich soll zur Massage gehen Und ich finde das Mega unbefriedigend Wenn ich chronische Verspannungen habe Und dann zur Massage Ständig gehen muss Dass das besser wird Ich habe irgendwie den Anspruch Dass ich das selber Irgendwie in den Griff kriegen kann Genauso wie mit der Maniküre Ich habe auch Probleme Zeitweise mit den Händen Immer wenn ich irgendwie Stress habe Oder mich irgendwas beschäftigt Dann habe ich auch abgekaute Hände Und schrecklich ist auch Dieses dann Wenn man aufhört Dann rumzumachen Bis es wieder so richtig wächst Bis es wieder richtig gut ist Und schön ist Und die Haut wieder glatt ist Und nicht trocken Vergeht halt eine Zeit Aber ich hätte Ich finde das unbefriedigend Wenn andere Leute Wenn ich andere Leute dafür brauche Dass bei mir irgendwann Wieder was in Ordnung kommt Ich würde das gerne immer Selber im Griff haben alles Kennst du das? Ich sehe dich perspektivisch Auch mit so einem Dremel An deinen Zähnen rumverwerken Und da irgendwie Karies und Baktus bekämpfen Da sehe ich dich auch Ja also grundsätzlich Ich meine Also Also Ich sage mal so Du hörst dich wirklich So an Als wärst du wirklich Ein Fall mal für einen Physiotherapeuten Also da würde ich mich ja Nicht mehr lange jetzt nachts Im Bett rumwinden Sondern das würde ich vielleicht Mal angehen Ja wenn ich das Kissen vergesse Normalerweise Bin ich Ich schlafe gut Mit meinem Gesundheitskissen Ja gibt's ja kein Problem Worüber monologisierst du jetzt Hier eine halbe Stunde Ach du liebe Hab dein Kissen Hab dein Kissen Einsatzbereit Und dann ist doch alles gut Ich wollte dir nur Einen Ball zuspielen Damit du deine Geschichte Erzählen kannst Was für eine Geschichte Ja deine Geschichte Deine Geschichte Die du immer gerne erzählen willst Die du es aber nie hinkriegst Zu erzählen Weil nie die Gelegenheit da ist Die Geschichte Ich wollte einfach nur Einen Ball zu werfen Krümelkandes wollte dir Einen Ball zu werfen Ja Krümelkandes hat gefragt Ja Entschuldigung Entschuldigung Wie sieht denn dein Gesundheitskissen aus Ja Das wollte ich gerade erzählen Es ist eigentlich ein Schaumstoffkissen Was so eine kleine Höhle hat Es ist jetzt nicht großartig Also ist das kein wahnsinniges Medizinisches Gesundheitskissen Mit irgendwelcher Apparatur dran Es ist ein gestärktes Schaumstoffkissen Weil ich Was ich ganz schrecklich finde Sind so Daunen Natürlich auch Daunen Wegen der Gänse Und so Klar Hashtag Aber auch Die gerupften Federn Und so Aber ich habe das nie verstanden Wie man auf so Kissen liegen kann Weil wenn man sich drauflegt Quillt ja alles zu den Seiten rüber Und man liegt ja eigentlich so Auf nichts Auf so einen Bezug noch drauf Weiß nicht Was hast du für ein Kissen? Also ich wechsle immer ab Ich habe auch ein Gesundheitskissen Mit so einer Aussparung Ich achte darauf Dass der Kopf nicht so angespannt ist Sondern relativ flach liegt Das mache ich schon Aber ich habe auch wieder andere Phasen Ich habe auch so ein zweites Kissen Das ich immer so verprügeln kann Und das gibt mir auch was Ja ich weiß nicht Also es ist bei mir immer so Ich bin da gar nicht so Dass ich jetzt nur so Nur so kann Oder nur so Manchmal tut mir irgendwie Dieses Kissen mit der Aussparung gut Es kommt wieder so eine Phase Wo ich dieses andere Kissen verprügeln will Und mich da reindrücken will Mit dem Kopf Ich kann das gar nicht so sagen Was ich nochmal gehört habe ist Man soll nachts Auf keinen Fall Wie so ein Embryo Sich so einkuscheln Und so schlafen Sondern man soll Die Beine ausstrecken Nachts Insbesondere wenn man sowieso Über den Tag So eine sitzende Tätigkeit hat Und so Weil das in der Nacht Acht Stunden liegen In so einer Embryo-Haltung Das verstärkt noch extrem Dass sich die Sehnen verkürzen Und die Muskeln Und so Und ja Das habe ich mal aufgeschnappt Wie liegt es Bist du so ein Seitenschläfer Oder Rückenschläfer Bauch Nee Bauch nicht Bauch wäre ja ganz furchtbar Weil dann müsste ich ja Meinen Nacken total verdrehen Ich schlafe eigentlich immer Auf dem Rücken ein Ich finde es auch am angenehmsten Und dann wenn man so Es gibt ja so Phasen Wo man so aufwacht Wo man sich dreht Und dann wenn ich von einer Es gibt nichts Schöneres Als vom Rücken Von der Rückenlage Sich so an die Seite zu drehen Das ist so eine Wohltat auf einmal Eine Abwechslung Das ist richtig schön Ja Also ich wechsle eigentlich Ja Und du? Ja ich kann nur Auf der linken Seite einschlafen Aber ich kann auf dem Rücken auch schlafen Mhm Und die rechte Seite Wohlfühlposition zum Einschlafen Ist linke Seite Was? Rechte Seite gar nicht Äh Ne irgendwie Ich weiß nicht Es ist einfach nicht Fühlt sich nicht so gut an Einfach Ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll Mhm Mhm Das ist es nicht Ja irgendwie mal Eine ganz alte Staffel von Roseanne Da hat irgendwie Roseanne mal erwähnt Dass wenn man auf der Herdseite schläft Auf der linken Seite Dass das sehr schädlich ist Ja Habe ich auch mal irgendwie Irgendwelche Halbwahrheiten Auch mal aufgeschnappt Irgendwie Ich weiß es nicht Ob da was dran ist oder nicht Ob das belastender ist oder nicht Weil Jetzt mal jetzt Im Mega-Gag Das Herz sitzt ja gar nicht Auf der linken Seite Sondern das ist ja sehr mittig Insofern Weiß ich auch gar nicht Ob das mit Linke Seite Herzseite Dies, das und so Es pumpt ja glaube ich nach links Also da ist ja glaube ich Wo diese Herzkammer sich sehr viel bewegt Nach links Aber es sitzt ja gar nicht Wirklich links Das ist natürlich Würde jetzt Die Sitcom Roseanne Die du als wissenschaftliche Basis Heranziehst Würde das jetzt wahrscheinlich Entkräften Aber Lassen wir den Chat entscheiden Apropos Chat soll entscheiden Ich habe die Umständlicherweise Die Umfrage fertig gemacht Soll ich mal auf Umfragebeginn klicken Sehr gerne Dass wir mal Dass wir dann gleich mal Zum YouTube kommen Leute Sehr gerne Ihr dürft heute abstimmen Was wir heute gucken Auf YouTube Was gucken Fragezeichen Umfrage läuft Entweder Geile Austern im KDW Oder Stream Awards Mit lustigen Clips Das Wort Lustige Hat leider nicht mehr reingepasst Man kann da irgendwie Nicht so viel schreiben Wie man will Im eigenen Stream Im eigenen Kanal Verbietet einem die Merkel noch Wie viel man hier Als Antwort Die Länge der Antworten Wären einem noch verboten Leute Geile Austern Geile Luxus Austern Im KDW Oder Coole Stream Awards Mit lustigen Clips Von lustigen Streamerinnen Und Streamern Konfrontieren wir Plückebaum Mit den Stream Awards Oder mit Austern Oder Euch mit Austern Weiß ja nicht Wie ihr dazu steht Puh schwierig Ja siehste Sehr schwierig Austern Klingt gut Aber lustig Klingt auch gut Was ist das für eine Das ist das Ist jetzt die Sache Oh das ist auch Ein knappes Rennen Fünf Stimmen für Austern Drei Stimmen für die Stream Awards Spannung steigt Schwabbel Gibt's nix mit Fußnägeln Ja heute grad nicht Heute grad nicht Aber Schwabbel Du kannst dir aus deinen Fußnägeln Kleine Paläste bauen Da hab ich gar nichts dagegen Hauptsache ich muss mir nicht angucken Hauptsache ich muss nicht dabei sein Also das ist Äh Oh Austern liegen vorne Austern liegen vorne Also an alle Stream Award Dazu muss man wissen Die Stream Awards Werden ausgerichtet von Ich vergesse mal Wie man das ausspricht Revit Oder Reeft Wie auch immer Ich glaub die wohnt auch auf Madeira Und die hat das irgendwie ins Leben gerufen Da konnte man Clips einreichen Und so weiter und so fort Und äh Da gibt's viel zu lachen Es gibt wahrscheinlich auch deshalb Würde es da viel zu lachen geben Weil Plückebaum wieder 99% aller Leute Die da auftauchen Nicht kennt Das ist Wär für mich ein großes Amüsement Weil dann immer Äh Äh Die Sprüche locker sitzen Aber ich sehe Die Austern Die Austern haben Möchte ich mal sagen Ihre kleine Austernnase vorn Die kleine Perle vorn Geile Austern im KDW Führt 8 zu 4 8 zu 4 Alle Stream Award Fans Müssten dann jetzt mal Äh Ne In ne Puschen kommen Sag ich mal Hm Wie lange geht die Umfrage noch? Äh Weiß ich nicht Zwei Eine Minute vielleicht noch Oder so Was Favorierst du? Favorisierst du? Ich hab schon abgestimmt Ich sag nix Achso Hast du auch schon abgestimmt? Ne ich seh das gar nicht Das sind ja hier Geheime und freie Äh Wahlen Sag ich mal Ich möcht nicht abstimmen Ich möcht nicht abstimmen Wieso das denn jetzt nicht? Jetzt kann ich meine Stimme Dann nicht wieder zurücknehmen? Ja ist doch egal Mach doch Jetzt will er wieder nicht abstimmen Immer dieses Ne ich kann mich nicht entscheiden Diese fiese Matenten Oh ne Naja ich hab dir Die 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 andere Ich hab Ich hab dir das ja So Jetzt ist Austern haben gewonnen Austern haben gewonnen So Was sagst du dazu? Finde ich gut Findest du gut? Ja finde ich auch gut Cool Cool Dann Wünsche ich euch einen schönen Abend Macht's Beste draus Und Ne wir gucken jetzt die Austern Wir gucken jetzt die Austern Ich schlage vor drüben im Plücke Stream Gut Dann müssen wir noch benennen Den Stream Ja Lecker Austern mit Carlo Oder Austern mit Carlo KDW mit Carlo Machst du wie du denkst Machst du wie du denkst Machst du wie du denkst Warte mal K K D W Mit Carlo Sehr gut Knackig Gut und knackig Schön und knackig 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 Ganz anders als Austern Austern Wenn man sie knackt Sind sie knackig Dann sind sie nie Nichts auch knackig Aber Sehen wir gleich Sehen wir gleich Sehen wir gleich Cool Ja Okay Ich bin fertig Wir können von mir aus Aber wir müssen doch jetzt wieder So ein Prozedere machen Du musst doch jetzt wieder Irgendwas bei dir machen Damit der Arbeitsspeicher Dies das Ananas Genau Ich muss nämlich noch die Kamera wechseln Bin ich noch drin Also bin ich noch zu sehen Bei dir Also ich kann jetzt ja hier meine Ich gehe jetzt ja hier quasi Ich mache meine Augen an So haben wir das doch gemacht Ich mache im Mindstream meine Augen an Du wechselst jetzt die Kamera Und dann raid ich zu dir rüber Jetzt heißt jetzt Ja du wechselst jetzt die Kamera Und gehst online Okay Gut Live Wie wir Streamer sagen Live 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 Is live Is live Tralalalala Live Is live Tralalalala So Stream ist gestartet Stream ist gestartet Momentan ist gerade noch erstarrt Also für alle die das Wie und die jetzt gucken Gerade ist noch erstarrt bei mir gerade Weil jetzt fangen wir nämlich gerade an Von Carlo hier rüber zu raiden Und gleich geht die Party so richtig ab So Das muss man schon mal sagen Ist die Stream denn jetzt live? Ist er live? Er live Ich bin live Wir sind live Wir sind jetzt live Wahnsinn Ich bin live Also du kannst gerne rüber raiden Geil Wie ein Häschen Praktisch Praktisch Ich warte Bis die ganzen Leute kommen Bis die ganzen Leute eintrudeln Danke Leute für's Vorbeisein Wir sehen uns bei Bröckelbrock Wir sehen uns bei Bröckelbrock Wir sehen uns bei Bröckelbrock